Jetzt haben wir die gesamte analytische Geometrie, soweit sie auch den Schulstoff abdeckt, besprochen die letzten zwei Tage, bis hin zu hessischen Normalform und Abstandsbestimmungen. Dementsprechend sind wir da durch. Es handelt sich da ja grundsätzlich um lineare Gleichungen, die sich dann dadurch bemerkbar machen, dass wir ja auch bisher nur Geraden und Ebenen beschrieben haben. Das sind ja alles Objekte ohne Krümmung oder Wölbung. Und jetzt gibt es natürlich eine, und das ist einfach jetzt mal so ein Ausblick, eine besondere gewölbte Oberfläche oder Fläche und in dem Fall geschlossene Fläche, die man besonders schön und einfach beschreiben kann, weil sie so eine hohe Symmetrie besitzt. Und weil sie im Grunde genommen, geometrisch gesehen, überall denselben Krümmungsradius hat und das ist die Oberfläche einer Kugel. Deswegen wollen wir uns jetzt hier noch ein wenig im Detail mit Kugeln beschäftigen, im Rahmen der Beschreibung, also wie sich das einfügt dann in die Konzepte, die wir jetzt auch bisher schon benutzt haben. Und da steht gleich mal hier eingerahmt eine Gleichung, die man vielleicht nicht auf den allerersten Blick versteht. Groß K-Doppelpunkt steht für Kugel. Und jetzt die Frage ist, woran erkennt man und wie versteht man, dass diese Gleichung ganz sicher eine Kugeloberfläche beschreibt? Eigentlich ist es recht einfach. Der Ortsvektor x, wie immer, also jetzt entsprechend, wie wir ihn verwendet haben, dann zum Beispiel auch für eine Ebenengleichung jetzt in Parameterform oder jedenfalls in vektorieller Form, steht hier auch wieder. Es wird aber jetzt abgezogen, vektoriell, ein fester Vektor m und der steht, wie man sich denken kann, für den Mittelpunkt der Kugel. Das heißt, es ist der Ortsvektor des Kugelmittelpunktes. Und jetzt wissen wir ja, dass diese Vektordifferenz immer den Abstand zwischen zwei Punkten misst. Dann kann man also sagen, wenn man mal annimmt, dass dieser Ortsvektor oder alle die Ortsvektoren, die die Gleichung erfüllen, auf einer Kugeloberfläche liegen und zwar Oberfläche einer solchen Kugel, die ihren Mittelpunkt hier hat bei Punkt m und dann noch einen bestimmten Radius. Und wenn man hier hinschaut, sieht man, das wird dann diese Zahl r sein. Dann steht da ja eigentlich nur, dass für jeden Punkt der Kugeloberfläche ein Abstand vom Mittelpunkt gilt. Abstand, Betragsstriche, ja, also und hier steht zwar nicht nur der Betrag, sondern das Betragsquadrat, aber es tut ja nichts zur Sache. Das macht es vielleicht noch ein bisschen schöner, dann ist das Ganze wurzelfrei, wenn man es, ja, man muss es ja im Endeffekt ausführlich hinschreiben. Und jetzt die Aussage, dass das Abstandsquadrat eines jeden Punktes auf der Kugeloberfläche vom Mittelpunkt konstant ist. Damit ist auch der Abstand konstant und das Abstandsquadrat hat den Wert r² und daraus entnehme ich, dass r der Radius der Kugel ist. Und dann ist es eigentlich klar, dass die Gleichung eine Kugeloberfläche im Raum beschreibt. Und um das mal noch etwas deutlicher zu machen, und da ist es ja so, am häufigsten hat man den Ursprung, Entschuldigung, den Kugelmittelpunkt im Ursprung. Es wird dann heißen, dass dieser Ortsvektor m zum Nullvektor wird. Dann kann man sich den wegdenken. Steht hier nur noch Betragsquadrat von x-Vektor. Und jetzt erinnern wir uns, wie wir so einen Abstand bestimmen. Gestern in der Übung kam da wieder der Begriff Pythagoras ins Spiel. Steht auch so in der Musterlösung bei der Cheops-Pyramiden-Aufgabe. Fällt mir jetzt nochmal gerade ein. Da spricht man dann gerne von Pythagoras, weil man solche Quadratsummen hat. Genau genommen sollte man sagen, euclidische Metrik im kathesischen Koordinatensystem, sprich die unsere übliche Berechnung des direkten Abstandes in einem, ja, im Grunde genommen ebenen Raum, also in einem nicht gekrümmten Raum. Und da haben wir das jetzt in 3D. Wenn wir das sozusagen ausführlich hinschreiben, das Betragsquadrat des Ortsvektors x ist ja nichts anderes als die Quadratsumme seiner Komponenten. Jetzt bin ich wieder bei der Schulnotation, also jetzt, beziehungsweise bei der alphabetischen einfach, weil man es jetzt vielleicht in der Geometrie so gewohnt ist. Also man kann sich gerne auch denken x1, x2, x3 stattdessen. Hier steht x, y und z. Sind aber die drei Raumkoordinaten gemeint. Und die Quadratsumme von allen dreien ist jetzt für den jeweiligen Ortsvektor sein Betragsquadrat. Und das gleich r² gesetzt, beschreibt dann eindeutig die Kugeloberfläche einer Kugel um den Ursprung mit Radius r. Das zusammengefasst wieder ist dann hier diese Gleichung als Sonderfall von der hier. Ja, ist also nichts so besonders Schwieriges. Wenn man das jetzt nochmal eine Dimension tiefer betrachtet, wenn wir uns jetzt die dritte Achse nochmal wegdenken, dann sind wir also wieder in der Ebene, also in Welt, sprich im zweidimensionalen Koordinatensystem. Da sind wir hier. Und die Gleichung haben wir jetzt wirklich ausgiebig im Laufe des Kurses immer wieder benutzt. Die hatte ich ja immer als Einheitskreisgleichung oder einfach Kreisgleichung bezeichnet. Da steht x² plus y² gleich 1. Das ist ja analog das Gleiche in zwei Dimensionen. Alle Punkte, die den gleichen Abstand vom Ursprung haben. Hier als Kreisrand, hier als Kugeloberfläche. Also schön, E-Kreis steht jetzt für nicht elektrischer Kreis, sondern Einheitskreis. So, und jetzt machen wir ein schönes und häufiges Szenario. Es ist auch eines der einfachsten, die wir jetzt im Rahmen unserer Formeln und Methoden jetzt reinbringen können. Das, was man hier sieht, ist natürlich wieder ein Schnittbild. Wir müssen uns vorstellen, dass dieser goldene Kreis eigentlich nur der Schnitt durch eine Kugel sein soll. Beziehungsweise dann demnach ist dieser Kreis sozusagen die Schnittkurve, die die Kugeloberfläche mit der Zeichnungsebene bildet. Und wichtig ist, wenn man den Mittelpunkt hier schwarz eingezeichnet sieht, der Schnitt soll durch das Zentrum der Kugel erfolgen. Ja, es ist also ein ebener Schnitt in Form meiner Zeichnung, der also, weil er den Mittelpunkt enthält, hier einen sogenannten Großkreis darstellt. Wichtiger Begriff, Großkreis. Sie können ja, stellen Sie sich vor, wenn Sie eine Kugel nehmen und dann eben einen Schnitt machen. Und je nachdem, welcher Position Sie schneiden, kriegen Sie ja unterschiedlich große Kreise. Das ist auch, der Begriff Großkreis spielt auch in der, wie soll man sagen, in der Navigation und damit dann im Grunde auch bei Geoinformationssystemen eine sehr große Rolle. Allein schon bei Geokoordinaten, da kennen wir das ja, Stichwort Äquator, Breitenkreise, Höhenkreise, Längenkreise wollte ich sagen. Und da, wenn man sich da ein bisschen auskennt, weiß man, der Äquator ist einerseits ein Breitenkreis für geografische Breite Null, ist damit aber auch ein Großkreis. Das ist klar, wir nehmen natürlich an, die Erde hätte eine perfekte Kugelform, während alle anderen Breitenkreise aber keine Großkreise sind. Das wissen wir, also zum Beispiel unserer, wir sind so ungefähr grob gerundet beim 50. Breitengrad und der entsprechende Breitenkreis. Der verbindet praktisch alle Orte auf der Nordhalbkugel, die ebenfalls 50 Grad nördlicher Breite haben. Und wenn man die verbindet, findet man einen Breitenkreis, der oberhalb des Äquators parallel verläuft und deswegen kleiner ist und keinen Großkreis darstellt. Ich wollte den Begriff jetzt einfach mal ins Spiel bringen. Andererseits sind alle Längenkreise allesamt Großkreise, weil die nämlich anders gebildet werden. Die laufen immer über die Pole, immer über beide Pole, Nord- und Südpol, verbinden alle Orte mit demselben Längengrad. Bei uns dann zum Beispiel etwa 10 Grad östlicher Länge. Und so baut sich da dieses System auf. Ich habe das jetzt nur erzählt, weil ich gerade zufällig den Begriff Großkreis ins Spiel gebracht habe. Damit ist klar, dass wir hier auch direkt den echten Kugelradius in Rot hier skizziert einzeichnen können. Und was ist jetzt das Besondere an der ganzen Sache? Es ist, was wir hier sehen, mal wieder im Schnittbild, dieser Strich gewissermaßen, der steht eigentlich für eine Ebene E mal wieder. Hatten wir ja letztens ein paar Mal bei Abstandsbetrachtungen. Auch das soll eine Abstandsbetrachtung sein. Unter anderem, aber nur nebenbei. Also wir schauen mal wieder sozusagen von der Kante aus auf diese Ebene. Sie soll also jetzt in dem Fall sozusagen senkrecht unsere Zeichnungsebene schneiden. Nur mal, damit wir die richtige Sicht haben auf das Bild. Was ist jetzt da zu sehen? Es ist zu sehen, oder man kann sich überlegen, was ist denn eigentlich das Ergebnis der Schnittbildung? Was passiert, wenn ich eine Ebene mit einer Kugel schneide? Und jetzt sind wir wieder beim Thema. Deswegen war es, glaube ich, gut, dass ich vom breiten Kreis gesprochen habe. Es entsteht hier ein Schnittkreis. Der ist natürlich in dieser Schnittskizze nicht zu sehen. Ganz einfach, weil dafür hätte ich ein perspektivisches Bild gebraucht. Ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Also was ich meine, ist jetzt einfach ein Kreis, der... Jetzt muss ich kurz hier nochmal umschalten wieder. Genau. Jetzt zeichne ich es eben doch mal perspektivisch rein. Der würde hier so, ganz schlecht, würde etwa so, ja, so ganz grob ausschauen. Aber wie gesagt, es ist ja ein Schnittbild. Deswegen sehen wir von, jetzt habe ich leider Bohrgeräusche hier. Deswegen sehen wir von diesem Schnittkreis, hier in dem Fall nur sozusagen diese zwei Punkte. Also vom Kreisrand zumindest, dieses Schnittkreises. Es dürfte aber, glaube ich, allen klar sein. Denken Sie vielleicht meinetwegen an so einen Eierköpfer, wenn Sie so ein Frühstücksei in der oberen Hälfte warkrecht zersägen, mit einem Messer oder so, oder mit einem Eierköpfer. So, dann entsteht auch so ein Schnittkreis, der kleiner ist als der Eierradius, wobei das Ei, stelle ich mir jetzt gerade kugelförmig vor, nicht so ein ganz tolles Beispiel. Gut, ist verstanden. Es ist jetzt, und das nennen wir einen Schnittkreis, ne? Hier, und dieser Schnittkreis, wie ich vorhin gesagt habe, der wäre zum Beispiel kein Großkreis auf dieser Kugel, ne? Aber so versteht man auch, wie solche Kreise entstehen, durch Schnittbildung. Und was ist jetzt das Besondere? Nun, wir können in dem Bildchen uns, also die Klasse, nehmen wir es so als Standardaufgabe. Eine Ebene ist gegeben, ja, egal wie, Koordinatenform oder Parameterform, ebenso ist gegeben eine Kugelgleichung. Und jetzt soll man rausfinden, ob die Ebene die Kugel überhaupt schneidet, und wenn ja, mit welchem Schnittkreis, äh, mit welchem Schnittradius ist gemeint, ne? Was ist der Radius des Schnittkreises? Und in dem Bildchen kann man das Ganze enträtseln. Hier sieht man, hoffentlich, ähm, klar, ähm, und das, äh, der Schlüssel zur Lösung ist hier grün. Das Grüne ist der Schlüssel zur Lösung, denn wir müssen das Ganze irgendwie zurückführen auf eine Standardmethode, die wir, ähm, gestern besprochen haben. Und da, ähm, und das ist jetzt sozusagen die Essenz von dieser Seite hier, äh, als Tipp oder vielleicht auch sich das einfach zu merken, immer wenn es um Kugeln geht, dann ist es eine sinnvolle Sache, sich auf den Kugelmittelpunkt zu fokussieren und zu beziehen. Und hier sehen wir ihn, und wie man sieht, wird hier der Abstand des Kugelmittelpunktes von der Ebene, äh, einerseits berechnet und dann auch eingezeichnet. Kleiner Moment. Ähm, oh, jetzt habe ich aus Versehen hier gerechnet. Ich habe es gleich wieder. Und, also die Idee, wichtig, immer den Kugelmittelpunkt hernehmen, dessen Abstand von der Ebene berechnen. Man sieht mit dieser, ähm, grün, also Abstandsbildung, klein d, rechter Winkel, heißt Lotrichtung und mit anderen Worten Standard, weil, äh, haben wir gestern gesehen, wie man den kleinsten möglichen Abstand eines Punktes von der Ebene bestimmt. Das war im Grunde reicht schon hessische Normalform oder wieder Hilfsgerade oder eben, was ja im Endeffekt das Gleiche ist, ist also klar, ne, keine neue Sache. Neu ist jetzt, dass wir eine Kugel haben und in dem Moment, wo man den Abstand berechnet hat, des Kugelmittelpunktes von der Ebene, weiß man schlagartig, ob die Kugel überhaupt geschnitten wird von der Ebene, ähm, nämlich, siehe hier, ähm, in dem Moment, wo d kleiner oder gleich dem Kugelradius ist, dann ja. Wenn d größer als der Kugelradius wäre, ähm, gibt es überhaupt keinen gemeinsamen Punkt und im Sonderfall d gleich r, das ist hier jetzt in dem Bild noch nicht direkt zu sehen, hat man, ähm, einen Berührpunkt, na, zwischen Ebene und Kugel, den könnte man dann z.B. auch noch berechnen. Hier soll der Fall gelten, also die Annahme jetzt, d ist kleiner als r und dann sieht man halt schön, dass man hier entlang den Kugelradius hat, hier den Abstand von der Ebene und dann das, was wir suchen hier, übrigens, das ist ein kleines griechisches Rho, das ist so wie das, der kleinen Buchstabe R im Griechischen, ne, das nimmt man gerne dann als Sonderbuchstabe für einen speziellen Radius und das ist hier der Schnittkreisradius, das kann man, glaube ich, erkennen, ne, dass man den hier ablesen kann und nach, jetzt wirklich nach Pythagoras gilt klar, dass Quadratsummen der Katheten, also d Quadrat plus Rho Quadrat gleich R Quadrat sein muss. Wenn ich das umstelle und dann die Wurzel ziehe, hier steht es im Kasten, habe ich Rho, Schnittkreisradius ist Wurzel aus R Quadrat minus d Quadrat. Das ist also eine schöne kleine Sondermethode für diesen Fall. Jetzt machen wir sowas ähnliches, wir steigen aber anders ein, also ich zeige nochmal, wie diese Kugelgleichung jetzt, also analog zu hier, wie die jetzt in ausgeführter Form dasteht, also sprich, wenn ich dieses Betragsquadrat direkt bilde und das wissen wir ja mittlerweile, wie das geht, auch bei der Differenz von zwei Vektoren, da nimmt man je Koordinate, nach und nach nimmt man die Differenzen und davon das Quadrat und addiert sie auf, ne, das ist sozusagen diese Quadratsumme der Koordinatendifferenzen. So hatten wir ja unsere Formel im Skript stehen für die Abstandsberechnung, zwei Punkte. Hier ist aber jetzt, das hat nichts mehr mit dem hier zu tun, sondern es geht wieder hier rum, hier rein, gedanklich, die Kugelgleichung an sich, die Kugelgleichung selbst, die liegt häufig nicht in dieser geschlossenen Form eben vor, sondern in der ausführlichen Form und zwar auf eine Art, wo man sie vielleicht dann nicht auf Anhieb erkennt. Das will ich hier vorführen. Also wenn man das ausführt, hat man x1 minus m1 zum Quadrat natürlich, dann plus zweite Komponente plus dritte, immer Quadratsumme gleich r². Das ist nur die ausführliche Version von der Gleichung. Und jetzt kann ich hier, wenn ich das so stehen habe, natürlich sofort die Koordinaten des Kugelmittelpunktes ablesen. Jetzt kommt aber ein Beispiel und da wird man also auf Anhieb sehen, so leicht ist es dann doch nicht. Schauen wir uns dieses mal an und ich will es mal so ein bisschen, also das irritiert jetzt, wenn man gleich diese Markierungen sieht. Frage, wenn man so einen Term vorfindet, also wenn man jetzt gewohnt ist, Geometrie und häufig hat man eine Ebenengleichung in Koordinatenform, dann weiß man, da steht ja irgendwas mit a x1 plus b x2 plus c x3 gleich d und dann hat man aber nur erste Potenzen bei den Koordinaten. Das hat man eben ja ganz häufig. Und wenn einem auf einmal sowas hier unterkommt, dann fällt ja auf, dass man hier plötzlich Quadrate bei den Koordinaten hat. Teilweise, teilweise auch wieder lineare Gile. Und man sollte also anhand dieser Quadrate schon erkennen, Moment, da muss irgendeine Wölbung im Spiel sein. Also das ist wohl vermutlich eine gekrümmte, gewölbte Fläche, wenn. Eine Ebene kann es nicht sein. Aber dass es jetzt ausgerechnet eine Kugeloberfläche ist, kann ich an der Gleichung vielleicht nicht so leicht erkennen. Vor allem, die scheint nicht auf den ersten Blick die Form zu haben, die hier oben steht. Jetzt kann man sich denken, wo das herkommt, hoffe ich. Es kommt natürlich daher, dass da jemand jetzt auch noch diese Klammern aufgelöst hat. Wenn wir diese Klammern auflösen, haben wir logischerweise binomische Formen, zweite binomische Formen und dann entstehen dadurch auch diese linearen Glieder. Aber es würden auch entstehen, diese Quadrate hinten von den Kugel-Mittelpunkt-Koordinaten. Hier, hier, hier. Und die stehen aber hier nirgends da. Hier steht keine Konstante. Lediglich da drüben steht 7. Und die 7 wird ja auf den ersten Blick man meinen, wäre das R-Quadrat. In dem Fall aber natürlich nicht. Also wenn es eine Kugel ist, das muss man dazu sagen, das ist hier noch nicht geklärt. Das muss man dann erst nachweisen. Aber genau genommen ist es schon an der Stelle klar. Wir sehen es noch nicht. Dann muss man vorsichtig sein und auch sagen, diese Zahl 7, die bedeutet im Moment mal noch gar nichts. Wir müssen jetzt erst mal das Ganze in diese Form bringen. Das ist die Idee. Und jetzt Frage. Würde man das alleine hinkriegen? Also ich denke, nur die wenigsten würden es wahrscheinlich jetzt schaffen, auf Anheb, schwuppdiwupp, das Ganze hier als Kugelgleichung und zwar so hinzuschreiben, dass man auch wirklich alles sieht, dass man sagen kann, so Kugelradius hat den und den Wert und der Kugel-Mittelpunkt ist da und dort. Das wäre eine Aufgabe. Und ich vermute mal, das würden die wenigsten jetzt direkt alleine schaffen. Auch wenn Sie das hier verstanden haben. Aber wenn Sie das hier verstanden haben, dann achten Sie mal nur auf x1. Also auf alle, weil x1 kommt hier garantiert nicht vor, hier auch nicht. Acht mal nur auf die erste Koordinate. Und da haben wir dieses Binomen, hier Klammer zum Quadrat. Und hier steht ein quadratisches Glied, x1 Quadrat. Und hier steht ein lineares Glied plus 4x1. Ansonsten nichts, was x1 enthält und auch keine Konstante. Das kann ja nur heißen, dass ich dieses Ding hier, jetzt kommt wieder das Zauberwort, das einige mögen, andere nicht, dass ich dieses, dass ich diese zwei Glieder quadratisch ergänzen kann. Quadratisch ergänzen. Das ist das Zauberwort. Zwei Wörter. Weil es muss, man muss das können. Anders geht es nicht. Und das machen wir. Wir machen ganz normales quadratisch ergänzen. Aber wir achten nur auf diese zwei Glieder. Und wenn wir das geschafft haben, dann machen wir es auch hier und auch hier. Das heißt, es wird jetzt dreimal, also getrennt, quadratisch ergänzt. Und dann steht auf einmal die Sache schon viel klarer vor unseren Augen. Jetzt zeige ich wieder her. Dafür hatte ich diese Markierung gemacht. Weil ich das doch immer so mache. Ich markiere den Linearfaktor. Also besser gesagt, ich markiere den Koeffizienten beim linearen Glied. Nein, Moment. Ja, doch. Passt alles. Warum mache ich das? Weil ich jetzt mein übliches Schema benutze. Wir haben übrigens Glück. Also Glück haben wir dahingehend, dass alle quadratischen Glieder Koeffizient 1 haben. Das ist nämlich, sonst müsste man den immer irgendwie noch ausklammern, dann wird es ein bisschen unschöner. Müssen wir nicht tun. Sondern ich kann direkt loslegen mit meinem gewohnten Schema. Jetzt müssen wir uns nur alle erinnern, wie das geht. Und wer es immer noch nicht kann, der kann es jetzt noch mal erlernen. Ich finde, am Beispiel erlernt man es eigentlich am besten. Wenn man es aus der Schule kennt und also diejenigen, die es kennen und aber trotzdem anders machen, kein Problem, bleiben Sie bei Ihrer Methode oder bleiben Sie bei eurer Methode, weil das ist oft so, die Methode, die man das erste Mal kennenlernt, die findet man dann irgendwie auch am besten. Mir ist es gleich und manche werden vielleicht auch sagen, okay, die Methode ist jetzt irgendwie direkter, einfacher, schöner, ganz wie gewünscht. Ich mache es vor. Ich schreibe, Klammer auf, immer dann die Variable, mit der ich quadratisch ergänzen will, x1. Aber nicht Quadrat natürlich, denn sieht man ja hier, sowas hier will ich haben. Also einfach x1. So, dann, jetzt kommt, daneben kommt die Hälfte dieser Zahl mit Vorzeichen. Statt plus 4 schreibe ich jetzt hin plus 2. Dann, Klammer zu, Quadrat, dann ziehe ich das Quadrat der hinteren Zahl ab. Das ist eigentlich ganz egal, ob hier plus oder minus gestanden hat, auch wenn hier minus 2 stehen würde. Ich ziehe das Quadrat, weil wenn ich quadriere, das wissen wir ja, das Glied wird ja sowieso positiv. Also ziehe ich 2 zum Quadrat wieder ab. 2 zum Quadrat ist 4. Ich schreibe minus 4. Und dann schreibe ich die Konstante hin. Jetzt kommt der letzte Schritt, quadratisch ergänzen, die da wirklich steht. Meistens steht da eine Konstante. Bisher haben wir das, weiß ich nicht, gefühlt fünfmal gemacht in dem Kurs oder zehnmal. Aber jedes Mal, wenn ich quadratisch ergänzt habe, stand da irgendeine Konstante. Hier steht halt jetzt keine. Dann ist das die Null und dann muss ich nichts mehr tun. Trotzdem kann man jetzt vielleicht am schönsten nochmal sehen, warum das Ganze funktioniert. Wenn wir dieses ausführen, und jetzt haben wir nämlich die Form hergestellt, die wir hier eigentlich brauchen. Wenn wir hier die erste binomische Formel anwenden, haben wir doch x1 zum Quadrat plus 2 mal x1 mal 2, also plus 4 x1 und dann plus 4. Aber dann noch außen minus 4 fällt also weg. Keine Konstante. Genau diese beiden Glieder reproduziert. Also wir haben es jetzt korrekt umgeformt. Wir machen das Gleiche hier auch. Ich markiere jetzt hier diesen Koeffizient, Linearkoeffizient. Schreibe hin, Klammer auf, x2. Hälfte von dieser Zahl ist minus 3. Dazu schreiben, Klammer zu, Quadrat. Hintere Zahl quadratisch abziehen, also 3 Quadrat ist 9. Abziehen und echte Konstante steht keine da, also fertig. Drittes Mal hier markieren, Klammer auf, x3. Die Hälfte von plus 8 hinschreiben ist plus 4, Klammer zu Quadrat. Quadrat von hinterer Zahl abziehen, 4 Quadrat ist 16, ziehe ich ab. Fertig. Drüben steht 7. Jetzt merke ich, es schaut schon besser aus, im Vergleich zu hier, aber stehen da noch drei Konstanten oben, die da eigentlich nichts zu suchen haben, die gehören auf die rechte Seite. So, das ist alles. Die müssen wir jetzt einfach nur noch rüberbringen. Die sind übrigens nach dem Schema automatisch negativ. Also kriegt man drüben auch was schön garantiert Positives raus. Fassen wir die mal zusammen. 4 plus, also ich lasse mal das Minus weg. 4 plus 9 ist 13, plus 16 ist 29. Hier steht also negativ 29. Die addiere ich auf beiden Seiten, die 29. Und dann landet hier drüben bei der 7 noch plus 29. 7 plus 29, habe ich das jetzt hoffentlich richtig gesagt, ja, ist exakt 36. Und das ist jetzt natürlich kein Zufall, das Ganze, dahinter steckt eine Kugel mit ganz zahligen Koordinaten, ne, auf des Mittelpunktes und auch im Übrigen auch des Radius. Also was ich hier nämlich bekomme, ist die 36 und das ist eine Quadratzahl. Und jetzt habe ich wunderschön meine Form wieder oben hergestellt und kann jetzt auslesen, was das bedeutet. Ich kann den Kugelmittelpunkt auslesen. Bitte aufpassen. Vom Schema her müsste hier ein Minus stehen. Hier steht eins. Hier müsste auch Minus stehen. Wenn da Plus steht, dann muss ich halt erkennen, dass dann die Minus 2 abgezogen wird. Also sprich, ich kann doch schreiben Minus, Klammer auf, Minus 2, Klammer zu. Also in dem Fall ist natürlich die entsprechende Kugelmittelpunkt-Koordinate gleich Minus 2. X1 gleich Minus 2 für den Kugelmittelpunkt. Hier aber, Schema ist X2 minus M2 an der Stelle und damit ist M2 gleich 3, schreibe ich hier hin. Und hinten ist es wiederum Minus 4. Das ist die Position des Kugelmittelpunktes. Und da drüben habe ich das R-Quadrat. Jetzt bin ich wieder bei dem, weil sobald ich diese Form habe, kann ich sicher sein, dass es so zu deuten ist. Und R-Quadrat ist 36, also muss R gleich 6 sein. Radius ist natürlich positiv. Und alles ganz zahlig, wunderbar. Und jetzt kommt sozusagen der Zusatz. Schnittkreis schön, könnte man jetzt auch noch machen mit einer Ebene, aber wir machen es ein bisschen verkürzt und fragen, ob dieser Punkt hier mit den Koordinaten 1, 4, 2 sich, wobei das ist ein bisschen unscharf formuliert, ob der sich auf der Kugel innen oder außen befindet. Mit auf der Kugel ist gemeint, auf der Kugeloberfläche. Und deswegen ist wieder, muss man hier kurz überlegen, nachdenken, wie soll man denn jetzt diesen Punkt P in diese Kugelgleichung einsetzen? Ich meine, wie man den einsetzt, okay, das ist einfach. Man setzt den einfach ein für x1, x2, x3. Aber was hat es dann zu bedeuten? Und das können wir aber durchaus einfach mal machen. Wir setzen den in die Gleichung ein. Und eins ist klar, wenn er die Gleichung erfüllt, dann liegt er auf der Kugel, also auf der Kugeloberfläche. Jetzt machen wir das. Dann sehen wir, okay, hier 1 einsetzen für x1, habe ich 1 plus 2 ist 3. Dann zum Quadrat, hier deswegen 3 zum Quadrat. Hier einsetzen 4, 4 minus 3 ist 1, also plus 1 zum Quadrat. Und da hinten noch die 2, 2 plus 4 ist 6, also plus 6 zum Quadrat. Wenn wir es zusammenführen, zusammenfassen, 9 plus 1 plus 36, 10 plus 36 ist insgesamt 46. Und jetzt dürfte es allen klar sein, das ist jetzt nicht hessische Normalform, aber im Prinzip sowas ähnliches. Ich habe gerade einen Fremdpunkt, in die Kugelgleichung eingesetzt. Und das erkenne ich daran, dass diese Zahl 46 abweicht von 36. Bei 36 wäre es ein Treffer gewesen, Kugeloberfläche. Jetzt weiß ich aber hoffentlich sofort, das kann nur bedeuten, weil diese Zahl größer als r Quadrat ist, dass der Punkt außerhalb der Kugel liegt. Und zwar, man kann es auch so sagen, der Punkt P liegt natürlich auch auf einer Kugeloberfläche um denselben Mittelpunkt, aber wie sich zeigt, einer Kugel mit einem anderen Radius und zwar mit einem größeren Radius, nämlich, das wäre die Wurzel aus 46, also so knapp 7 wäre da der Radius. Man kann auch genauer sagen, die Wurzel aus dieser Zahl ist der Abstand dieses Punkt P vom Kugelmittelpunkt. Und da der größer ist, man könnte also damit sogar, sagen wir mal das, die Wurzel 46 minus die 6, das wäre der Abstand des Punktes P von der Kugeloberfläche. Das wäre vielleicht auch noch interessant. Liegt auf jeden Fall außerhalb. Und das so allgemeines Prinzip, Punkt einsetzen, mit r Quadrat, den Wert vergleichen, da haben wir diese drei Fälle. Nur wenn dieser Wert gleich r Quadrat ist, liegt der Punkt auf der Kugeloberfläche. In dem Fall hatten wir, wenn größer r Quadrat liegt außerhalb, kleiner r Quadrat natürlich innerhalb der Kugel. Ja, also wie gesagt, das Interessante war vielleicht, dass man das erkennt auch, dass es eine Kugelgleichung ist. Hier und dann quadratisch ergänzt. Und ansonsten, das mit dem Schnittkreisradius ist schon ganz gut mal zu wissen. Jetzt sind leider Kugeloberflächen bei weitem nicht alles, was man schreiben will oder muss. Und das hat dann, und deswegen ist es auch so eine Art Hinführung zu dem, was kommt im ersten Semester. Das hat dann geführt zur Entwicklung des großen Gebiets der Vektoranalysis. Das ist sozusagen die Vereinigung von dieser Art Vektorgeometrie mit allem, was wir über Funktionen wissen. Das heißt, wir führen quasi die Konzepte dann zusammen und bilden dann Vektorfunktionen. Das ist eine großartige Sache. Ich würde sagen, die Vektorfunktion bis hin zur, also jetzt hier erstmal Ortsvektorfunktion, aber dann auch Vektorfeldbeschreibungen, Vektorfeldfunktionen, das ist meiner Meinung nach das beste und auch weitreichendste Werkzeug der gesamten höheren Mathematik eigentlich im Bereich der Analyse ist, also Differenzial- und Integralrechnung. Das wird eine tolle Sache. Jetzt habe ich zur Entspannung das hier vorgesehen. Das stammt vom letzten Durchlauf. Da hatte ich, ich bin großer Fan und Freund von mathematischen Rätseln, jetzt so auch in der Freizeit. Und ja, das ist zwar nicht aus meinem Standardkanal, aber obwohl doch, ich glaube sogar, also der, der da ja so führend ist. Naja, und da habe ich dieses Rätsel entdeckt und das fand ich ziemlich cool, weil es eigentlich auch nicht so Standard ist. Lassen wir das unter Denksport laufen und versuchen uns vielleicht erst einfach mal reinzudenken. Ist jetzt völliger Themenwechsel, wir sind jetzt fertig mit unserem eigentlichen Programm, was ich dann im Anschluss noch dann auch vielleicht nach der Pause machen will, ist ein wenig Numerik, wenigstens mal auch zur Erinnerung für alle, das kennen glaube ich wirklich die meisten, das Newton-Verfahren, wo man also in Fällen, wo man analytisch nicht weiterkommt, tatsächlich mit beliebiger Genauigkeit eine Nullstelle berechnet hat. Dieses Nährungsverfahren, das berühmte Newton-Verfahren zur Nullstellenberechnung. Und dann hätten wir noch Zeit, eventuell wenigstens mal so im Ansatz kurz auf vollständige Induktion zu schauen oder auch noch andere Dinge, die uns einfallen. Gut, also das ist auf Englisch natürlich, ich versuche es mal auf Deutsch zu erklären, das ist also ein Tresor mit dem üblichen hier, so ein Tastenfeld und es soll tatsächlich diesmal, wie man es eigentlich kennt, ein vierstelliger Code, der muss eingegeben werden, um den Tresor zu öffnen, das soweit nichts Neues. Aber, also schauen wir mal, hier steht, the log has to keep it with the digits, ja, also ganz normal, Ziffern von 0 bis 9 und man muss die richtigen vier Ziffern eingeben. So, und jetzt steht hier folgendes, es geht eigentlich hier weiter, ist das das Gleiche hier, was da steht? Ja. Also, jetzt ist es aber eben so, die Reihenfolge ist egal. Also, beispielsweise, das sind die vier Ziffern, mit denen der Code sich öffnet, mit denen der Tresor sich öffnet. Also, der Code wäre sozusagen 1000. Aber sollen, das heißt dann, dass alle Codes, die die Ziffern 1, 0, 0, 0, enthalten, alle vierstelligen Codes, gültig sind. Das ist also gewissermaßen eine Abschwächung der Sicherheit. Also, im Grunde ist die Sicherheit von dem Tresor schlechter als von einem vierstelligen Fahrradzahlenschloss, muss man zugeben. Aber hier geht es nicht um Sicherheit, hier geht es um um Interesse, also sprich, oder um Raffinesse, dass man jetzt was Bestimmtes rausfinden soll. Und wir sehen also, wenn ich diesen, man könnte sich so vorstellen, dass es da so ein Bedienfeld gibt, wo ich diesen Code eingeben kann als Besitzer. Ich gebe zwar 1000 als Code ein, aber es könnte ja sein, ich bin irgendwie ein bisschen vergesslich und merke mir nicht genau die Reihenfolge der Ziffern, aber ich weiß, welche Ziffern ich drin habe im Code. Und dann ist mein Code so nett zu mir, mein Safe ist so freundlich zu mir und öffnet sich auch, wenn ich die Ziffern in der falschen Reihenfolge eingehe. So kann man es auch verstehen. Also entweder 10000 oder 010000100000001. Was man an dem Beispiel sieht, ist, dass man Ziffern auch beliebig oft verwenden kann und darf. Wenn ich mal ganz blöd bin, ist wahrscheinlich Auslieferungszustand und dann wäre der Code wahrscheinlich 0000000001. Und dann immerhin ist der sogar theoretisch sicherer als der Code, weil der Code 0000, für den gibt es nur eine Realisierung. Für diesen Code gibt es ja vier sozusagen echte Codes, die dazugehören. Die Frage ist nämlich, man merkt schon, worauf es hinausläuft. Nehmen wir jetzt lieber mal das Beispiel, 1234 ist der Code. Jetzt kommt das Thema Permutation ins Spiel. Jetzt wird der Safe sich natürlich für alle Permutationen von 1234 öffnen. Also auch für 1243, 1342. Wenn man die abzählt, das wissen wir, das geht über Fakultäten. Dann ist man hier bei vier Fakultäten. Das sind immerhin 24 Möglichkeiten. Und ja, wir wollen nicht über Sicherheit sprechen. Fakt ist, dass ich auf die Art viele, viele mögliche Codes eigentlich zu einem, zu einer Möglichkeit zusammenfasse. Und jetzt kommt, und das ist jetzt, muss man jetzt richtig verstehen, die Frage, how many different Unlocked Codes are there? Und jetzt, was bedeutet different to Unlocked Codes are? Also das Gegenteil von different ist jetzt equivalent, equivalent, if they contain the same digits. Also wie in unserem Beispiel, die sind alle äquivalent. Das heißt, die zählen nicht als unterschiedlich. Dera ist äquivalent zu all seinen Permutationen. Und gefragt wird aber nach der Anzahl der unterschiedlichen Codes. Also man zählt jetzt nicht wie gewöhnlich. Ich meine, das wäre easy. Wir wissen, wie viele echte Codes es geben wird bei einem vierstelligen Schloss. Das sind natürlich exakt, sagt es jemand, wie viele? Wie viele herkömmliche Codes kann ich bilden, vierstellig, wenn alles erlaubt ist? Ich warte ein bisschen, ob sich jemand traut es zu sagen. Ungefähr. Das muss jetzt nicht. 10.000, oder? Ja, das wollte ich hören. 10.000 auf den ersten. Danke. 10 hoch 4, Andreas, stimmt genauso. Auf den ersten Blick 10.000. Dann fragt man sich, sind es denn vielleicht eigentlich nur 9.999, weil es ja vierstellig ist. Aber Fakt ist, dadurch, dass der, sozusagen der Auslieferungscode dazu zählt, 0, 0, 0, 0, ist es der kleinste Code und der größte ist natürlich 9.999 und damit sind es am Ende doch 10.000 Stück, ja? Und jetzt können wir uns denken, dass es natürlich bei diesem Save weniger, deutlich weniger als 10.000 echt unterschiedliche Codes gibt. Nennen wir die mal echt unterschiedlich. Zum Beispiel ist der Code 1.000 echt unterschiedlich vom Code 1.2.4.3 oder 1.2.3.4. Man könnte es ja so machen, dass man die Codes immer so aufschreibt, dass die Ziffern, die vorkommen, entweder absteigend, so wie hier, oder aufsteigend sortiert sind. Man braucht irgendeine Systematik. Das ist jetzt, und ich muss sagen, ich finde, das Rätsel ist, es ist lösbar, aber es ist also nicht trivial. Und das Tolle ist, es gibt, wie so oft, es gibt hier mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder noch viel mehr Methoden, um das Rätsel zu knacken. Also nicht den Code zu knacken, sondern das Rätsel. Und eine davon ist, wie immer, ist einfach, wie man so schön sagt, Brain Fuck. Also die ist einfach genial und elegant. Das ist richtig schön. Gut, was ist die erste Methode, wenn einem nichts Besseres einfällt, aber auch die muss man erst mal hinkriegen? Natürlich abzählen. Und jetzt weiß ich, ich habe eine Idee, weil jetzt kann natürlich jeder jetzt sich selber den Spaß verderben und in die Lösung reinschauen. Aber wir machen ja heute planmäßig nicht ganz so lang und jetzt dachte ich, ist das eigentlich die Gelegenheit, um eine Pause zu machen? Und alle, die Lust haben, machen sich den Spaß und versuchen jetzt einfach mal selber drauf zu kommen. Ich weiß nicht, ob das dann, dann machen wir es doch einfach so, dass wir die Pause jetzt auf 20 Minuten festlegen und in der Zwischenzeit versuchen alle mal diese Aufgabe für sich zu lösen, egal auf welchem Wege. Abzählen ist auch schon, also ist auch schon eine Leistung, wenn man das hinkriegt. Systematisch abzählen halt. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir so bis circa 9 Uhr, 35, ja, dann knobeln und dann machen wir weiter. Herr Hunsinger, wird da einen Unterschied bei der Eingabe von Zahlen gemacht zwischen 0, 0, 0 und 0, 0, 0 quasi, also wird das als unterschiedliche Zahl genommen? Also jetzt müssen wir, ich habe jetzt gerade verstanden, 0, 0, 0, das wäre 0, 30. Ja, da wird quasi die Zahlen vertauscht werden, obwohl sie die gleichen sind. Wird da ein Unterschied gesehen? Ja, okay, also da müssen wir uns erstmal einigen. Wir reden immer von vierstelligen Codes, also 0, 0, 0, 0. Ja, oder 0, 0, 0, 1 oder 0, 0, 0, 1. Also die Frage ist in dem Sinne, ob man die verschiedenen Nullen zum Beispiel unterscheiden kann. Ist das die Frage? Genau. Ja, das liegt auf der Hand. Davon ist keine Rede, also nein. Gell? Stimmt, theoretisch wäre es ja, mathematisch wäre das möglich. Mit anderen Worten, die Reihenfolge von gleichen Ziffern, also deren Permutationen, ist, wie soll man das sagen, ist egal, beziehungsweise macht sich gar nicht bemerkbar. Ist nicht unterscheidbar. Ja, aber mir geht es jetzt eher um die, wenn man es versucht zu berechnen, ob das einen Unterschied macht. Ja, natürlich. Okay, beide berechnen. Wenn wir hier schauen, das ist doch das gute Beispiel hier. Für diesen Code gibt es, wenn man so will, vier Realisierungen. Also es gibt vier, nennen wir das mal echte Codes, so standardmäßig ist ja die Reihenfolge relevant. Gibt es, weil da drei gleiche Ziffern vorkommen, gibt es da nur vier Varianten. Hier, weil da verschiedene Ziffern vorkommen, gibt es da 24 Varianten, die alle aber zusammen gehören jetzt. Und wenn ich jetzt hier noch sagen würde, ich kann unterscheiden, welche Null an welcher Stelle steht, kann ich ja nicht, dafür müssen die eingefärbt sein oder Sonstiges, dann gäbe es ja da am Ende auch wieder 24 Varianten. Sehen Sie? Also wenn da die Reihenfolge zählen würde, dann wäre es viel leichter abzuzählen. Tatsächlich ist das, was das Rätsel eigentlich schwierig macht, ist, dass ich hier eben auf vier Realisierungen komme und hier auf 24, dass es halt da ganz große Unterschiede gibt. Also halten wir es so fest, ja. mit Methode 1 gehen wir jetzt ran und da geht es ums Abzählen, aber natürlich nicht von Hand einzeln. Ich hätte mal vorgeschlagen, dass man sich verschiedene Typen überlegt, die es da geben kann. Ja, das muss noch mal so stehen. Und zwar natürlich vielleicht der einfachste Fall, der auch als Beispiel dastand, das ist dieser Typ 1, 2, 3, 4. Dieser Typ soll alle Codes, die Frage ist, was meine ich, wenn ich Codes sage? Also ich meine das so im Sinne aus Sicht des Benutzers von diesem Tresor, dass der irgendwo eine Eingabemaske oder Eingabemöglichkeit hat und sagt, ich tippe jetzt vier Ziffern ein und damit lege ich fest, dass diese vier Ziffern in der Kombination, wohlgemerkt nicht in der Reihenfolge, sondern in der Kombination den Tresor öffnen soll. Wenn ich also 1, 2, 3, 4 eintippe, als jetzt als derjenige, als Administrator, der den Code festlegt, dann soll der oder wird dieser Tresor sich öffnen, wenn jemand genau diese vier Ziffern nacheinander eingibt, aber in einer beliebigen Reihenfolge. Das haben wir ja herausgefunden. Und ich könnte genauso gut sagen, der Code heißt jetzt 3, 1, 2, 4. Das wäre aber im Endeffekt das gleiche Ergebnis, denn auch dieser eingegebene Code würde besagen, dass wenn man die vier Ziffern 1, 2, 3 und 4 in irgendeiner Reihenfolge eingeht, sich der Tresor dann öffnet. Also das nenne ich Typ 1, vier verschiedene Ziffern. Und jetzt ist es die Frage, auf wie viele Arten kann ich dann letztendlich den Tresor öffnen? Sprich, wie viele Reihenfolgen gibt es denn für diese vier Ziffern? Und das ist dann vielleicht nochmal wichtig, dass wir uns das klar machen. Jetzt muss ich selbst überlegen, dass ich nichts Falsches sage, denn ich frage mich gerade selbst. Genau. Also hier die Frage, bitte nicht wundern. Also was hier steht, ist jetzt nicht, auf wie viele Arten ich jetzt das realisieren kann, sondern wie viele derartige Codes gibt es eigentlich? Frage, wie viele Codes mit vier verschiedenen Ziffern gibt es bei einem vierstelligen Code? Das ist die Frage. Und jetzt ist, sprich, wenn man so sagt, wenn man so will, alle Zahlen von 0, 0, 0, 0 bis 9.999, wenn man die durchgeht und schaut, wie viele derartige vierstellige Zahlen findet man, die vier verschiedenen Ziffern haben. Jetzt muss man aber natürlich wieder aufpassen, weil zum Beispiel ja jeweils 24 von denen eben zusammenfallen. Und es geht halt nicht so einfach, dass man jetzt sagt, dann nehmen wir 10.000 geteilt durch 24, weil von den 10.000 möglichen Codes sind ja längst nicht alle von diesem Typ. Also wie geht man am besten ran? Also am besten mit der Sicht eines Auswahlexperiments. Das ist die Idee. Und wenn ich schreibe jetzt und ich will es erklären oder will, dass es alle nachvollziehen können. Das Ergebnis ist 10 über 4 oder anders gesprochen 4 aus 10. Auf Englisch 10 choose 4. Also wir haben 10 Elemente, das kann man sich denken, was das ist. Das sind die 10 Ziffern von 0 bis 9. Und aus diesen 10 möglichen Ziffern wählen wir 4 und zwar 4 verschiedene damit automatisch, weil das ist ja wie ein Urnenexperiment ohne zurücklegen. Also die Frage ist eigentlich die, wie viele Quartette, nennen wir es einfach mal ein Quartett, also das hier ist eine Sammlung von 4 Ziffern, das nenne ich Quartett. Und dass die unterschiedlich sind, kann ich mir vorstellen, wie Urnenexperiment ohne zurücklegen. Also ich habe jede Ziffer nur einmal zur Verfügung. Ich kann jetzt zum Beispiel in dem Fall, ich kann gar keine Doppelten bilden. Okay? So, und das heißt, ich frage mich, wie ich aus diesen 10 Ziffern 4 verschiedene auswählen kann. Auf wie viele Arten. Und da haben wir, das hatten wir schon mal gemacht, so ein bisschen mit, das geht auch ein bisschen vereinfacht, indem man sagt, gut, ich greife da einfach in meine Urne mit den 10 Ziffern. Das ist übrigens so wie bei der Ziehung der Superzahl, falls es jemand kennt beim Lotto. Das ist genau das. Bei der Ziehung der Superzahl gibt es tatsächlich eine Urne in echt mit den Kugeln beschriftet, mit den Ziffern von 0 bis 9. So, jetzt greife ich da rein gedanklich und nehme mir eine Ziffer raus. Dafür habe ich 10 Möglichkeiten. Also für die erste Kugel, die ich greife. 10. Und dann, ich glaube, jetzt habe ich da was verstellt. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Das ist jetzt gerade nicht drucksensitiv, weil ich vorhin mal den Stift umgeschaltet habe. Jetzt probieren. Ja, vielleicht ist es so besser. Also, jetzt habe ich 10 Möglichkeiten für die erste Kugel, dann bleiben nur noch 9 Kugeln in der Urne. Für die nächste habe ich 9 und im Endeffekt steckt das dahinter, dass ich, wenn ich nacheinander 4 Ziffern gewissermaßen ziehe, habe ich diese Anzahl Möglichkeiten für das Ergebnis. Aber dann haben wir wieder den Punkt, dass ja die Reihenfolge keine Rolle spielen soll. Ja, jetzt müssen wir also da die Permutationen irgendwie wieder rausrechnen. Ich versuche es mal, vielleicht kriegen wir das im Kopf hin. Hoffentlich stimmt es, was ich jetzt behaupte. Nach meiner Überlegung könnte ich diese 4 gezogenen Ziffern dann auf 24 verschiedene Arten gezogen haben, von der Reihenfolge her. Das würde aber keinen Unterschied machen. Also müsste ich das eigentlich durch 4 Fakultät, also durch 24, wieder teilen, um das jetzt mal ein bisschen zu überprüfen. Wenn ich da jetzt kürzen würde, 24 ist 3 mal 8, die 8 könnte ich wegstreichen und die 9 durch eine 3 ersetzen, dann könnte ich es im Kopf berechnen, 3 mal 10 ist 30, 30 mal 7 ist 210. Also es ist genau die richtige Überlegung. Ja, damit wollte ich erklären, wie so ein Binomial-Koeffizient zustande kommt. Das geht natürlich auch etwas komplizierter oder was heißt etwas systematischer, indem man sich erinnert, da steht dann offiziell steht dann oben 10 Fakultät, die obere Zahl, Fakultät ist immer wie bekannt, 10 mal 9 mal 8 und so weiter bis mal 1. Unten steht die Fakultät der unteren Zahl, 4 Fakultät, die habe ich hier auch benutzt, 24, aber noch multipliziert mit der Differenzzahl und deren Fakultät. Also im Endeffekt ist es das Gleiche, wie wenn ich hier aus der 10 Fakultät die 6 Fakultät rauskürze, was übrig bleibt, steht hier im Zähler. Also das war jetzt nur noch mal zur Erläuterung. Ist das hoffentlich dann uns klar, wir verlassen uns auf diese Rechnung und Überlegung, es gibt tatsächlich 210 verschiedene Codes, also Codes aus vier verschiedenen Ziffern, wobei wir aufpassen müssen, es geht nur am Ende darum, welche Ziffern kommen da vor und welche kommen nicht vor. Jedes Mal, wenn da unterschiedliche Ziffern vorkommen, ist es ein neuer Code und den kann ich tatsächlich auf 210 Arten neu bilden und für jeden von diesen 210 Codes gibt es eigentlich 24 gewissermaßen Untercodes, die zusammengehören. Also so wie hier zum Beispiel, habe ich jetzt 24 gesagt? Ja, ist richtig. Hier zum Beispiel 1, 3, 2, 4 oder 3, 1, 2, 4, alle Permutationen, es sind immer 24 Stück, aber die stecken dann alles schon sozusagen jeweils in einem von diesen 210 Codes mit drin. Und jetzt haben wir damit gefunden, von diesem Typ gibt es 210 wirklich verschiedene Codes im Sinne von different in der Aufgabenstellung. So weit, klar. Jetzt stellt man fest, okay, was ist der nächste Typ dann? Ja, das ist einer, wo eine Ziffer doppelt vorkommt, aber nur eine Ziffer kommt doppelt vor. Die anderen kommen nur einmal vor. Das ist ein eigener Typ. Und jetzt sehe ich, um so einen Code zu bilden, ziehe ich eigentlich nur drei Ziffern aus der Urne. Weil ich habe zum Beispiel jetzt, angenommen, ich mache das Urne-Experiment und was ziehe ich dann? Zum Beispiel die Kugeln 1, 2, 3, aber in einer beliebigen Reihenfolge. Und was ich dann daraus mache, da habe ich jetzt die Freiheit, dann sage ich mit den drei Kugeln, 1, 2, 3, bilde ich jetzt einen vierstelligen Code und ich habe die Freiheit, die 1 doppelt zu verwenden oder die 2 oder die 3. Und weil das so ist, muss ich, wenn ich die Anzahl berechne, muss ich das Ganze nochmal 3 nehmen, weil ich ja noch entscheiden kann, welche Ziffer doppelt ich doppelt benutze. Aber die Einfolge spielt wieder keine Rolle. Jetzt muss man halt dann irgendwie, ich will auch nicht so viel Zeit jetzt da noch reinstecken, aber jetzt sieht man, jetzt sind wir plötzlich bei 10 über 3, also 3 aus 10, wie viele Trios sozusagen kann ich bilden aus 10 und das ist wieder in derselben Zeile vom paskalischen Dreieck, ist das die Nachbarzahl von der 210 und das kann man nachschauen und danach rechnen. Das glaube ich, kriegen wir alle hin. Das ist im Endeffekt dann wieder sowas wie, ja, es geht sogar im Kopf, 10 mal 9 mal 8 nur in dem Fall, dann durch 6 geteilt, 9 mal 8 ist 72, es wäre dann 720 geteilt durch 6, sind 120, das geht im Kopf. Mal 3 aber, nicht zu vergessen und das sind dann 360 derartige Codes, tatsächlich. Ich werde nachher, wenn jemand das denkt, so, na irgendwie, ich weiß nicht ganz, ob das so stimmt, wenn wir das aufaddieren, kommen wir nachher aufs Ergebnis und dann werden wir mit Methode 2 auf eine, ja, wie ich es gerne sage, also wirklich geniale Art und in aller Kürze mit einer einzigen Rechnung dieselbe Zahl errechnen und auf einem völlig anderen Weg und dann wird klar sein, wir haben es richtig gemacht. Nehmen wir den nächsten Typ, also wenn wir bei der Systematik bleiben, es könnte ja eine Ziffer auch dreimal vorkommen und die andere nur einmal. Dafür muss ich nur zwei Kugeln aus meiner gedachten Urne ziehen, aus meiner Ziffernurne. Super Zahl. Und zum Beispiel, zufällig würde ich dann die 1 und die 2 ziehen. Dann kann ich mich aber noch entscheiden, ob die 1 dreimal vorkommen soll, die 2 nur einmal oder ob die 2 dreimal vorkommen soll und die 1 nur einmal. Ich habe nur diese zwei Möglichkeiten, deswegen mal 2. 2 aus 10 ist wieder einfach, 10 mal 9 das Ganze durch 2 geteilt, Reihenfolge spielt keine Rolle, 90 halbiert ist 45. Die 45 mal 2 sind 90 kurz. Jetzt allmählich weiß man, wo es langläuft, aber man darf nicht vergessen, das hätte ich fast vergessen beim ersten Versuch. Das war der Typ, der mir entglitten ist, weil es kann ja auch sein, dass man eine Ziffer doppelt und die andere auch doppelt verwendet. Jetzt sind es wieder zwei Ziffern, das heißt, ich ziehe hier wieder zwei Kugeln, aber lustigerweise habe ich jetzt keine Auswahl mehr, denn wenn ich sage, beide sollen doppelt vorkommen, dann müssen sie beide doppelt vorkommen und nicht nur eine. Also ich habe nicht wie hier zu entscheiden, welche dreimal vorkommen und welche nicht, sondern sie kommen jetzt beide doppelt vor. Deswegen gibt es von diesem Typ tatsächlich nur 2 aus 10 mal 1, also 45 Möglichkeiten. Das ist auffallend wenig, 45 Codes. Können Sie mal selbst überprüfen, wie so eine Art Schnapszahl. Versuchen Sie mal, das können wir fast abzählen. Wenn man die abzählen würde und wie gesagt, die Permutationen davon zählen wieder als ein Code. Also die zählen nicht als eigene Codes. Deswegen ist es richtig, was wir machen. Zum Beispiel, das ist die erste von dem Typ, die kleinste Typzahl von dem Typ, 11,22. Die nächste wäre dann 22,11. Die nächste wäre 11,33. Dann irgendwie 22,11 hat man schon 22,33, wenn ich so numerisch sortiere. Und so kann man es abzählen. Und am Schluss hat man dann vielleicht noch 88,99 und vielleicht als größten Fall hat man die noch. Nehmen wir es so. Oh, muss ich aufpassen, das. Muss ich aufpassen. 22,11 zählt ja gar nicht als eigenes. Da bin ich selber in die Falle gegangen. Das ist ja eine Permutation. Aber 11,22 ist eins. Dann 11,33, 11,44 etc. Und dann geht es so weiter. Und irgendwann habe ich vielleicht noch irgendwas mit 88,99. Das sind nicht ganz so viele. Das sind, und denken Sie dran, die dürfen immer auch noch permutiert werden. Also der Code 12,12, der zählt damit dazu. Echt verschiedene Codes dieser Art gibt es nur 45. Letzter Typ, alle Ziffern sind gleich. Und das kann man jetzt wirklich von Hand abzählen. Das ist der Code 0000, 1111, 22,222 und so weiter bis 9,999. Und das sind genau zehn Stück. Jetzt haben wir es tatsächlich geknackt. Und wenn wir das aufaddieren, 210, nicht zu vergessen, plus 360, plus 90, plus 44, plus 10. Das geht im Kopf. Ich mache es aber jetzt nicht. Dann kommen wir auf 715 Codes. Das haben vielleicht einige tatsächlich in der Zeit auch selbst so hinbekommen und rausbekommen. und ich würde mal vermuten, es ist unwahrscheinlich, dass jemand auf irgendeine bessere Art gekommen ist, um das hier rauszufinden. Es gibt eine, die ist regelrecht genial. Ich habe sie jetzt schon zweimal angekündigt und das ist die Methode auswählen. Das sagt noch gar nichts. Es gibt sicher noch andere, aber die ist knackig und ich hoffe, die werden wir gemeinsam verstehen. Wenn man sie mal präsentiert bekommt und sich einmal kurz reindenkt, dann denkt man, ja klar, das ist ja auf jeden Fall, passt. Aber da drauf zu kommen, das ist wirklich, muss man sagen, höchst naja, kreativ. Und hier ist der Nachweis, ich sage es, verrate es gleich, das Ergebnis ist, auf einen Schlag, 4 aus 13, 13 über 4, ist ein Binomialkoeffizient. Eine Zahl im paskalischen Dreieck, nicht 5 oder 6 verschiedene addieren, oder wie viel das da oben waren und was weiß ich, wie viele Überlegungen und dann noch Vielfalt. Wenn man mal guckt, da haben wir dann noch überlegen müssen, auf wie viele Arten kann ich das machen. Sehr fehleranfällig, diese Methode. Die da ist absolut robust und besagt, dass 4 aus 13 gleich 715. Das ist die Zahl, 715 Codes. Und warum? Das muss man jetzt begreifen. Wenn man sich lang genug in das Bildchen hinein versenkt, dann könnte man es alleine verstehen. Aber ich vermute, dass das nicht so leicht allen jetzt einsichtig ist. Wie geben wir vor? Ich versuche es zu erklären. Also man sieht ja, was da steht. Da stehen unsere 10 Ziffern der Reihe nach 0 bis 9. Dazwischen sind solche Trennzeichen. Wie so ein Warentrenner auf dem Laufband beim Supermarkt. Und da sind Sternchen gesetzt. Jetzt können wir uns, glaube ich, schon leicht überlegen, was das bedeuten soll. Jedes Sternchen steht dafür, dass ich diese Ziffer auswähle. Ich fange jetzt also, man fragt sich nachher, wofür sind die Trennzeichen? Das werde ich noch erklären. Also ich sage jetzt zum Beispiel, ich will, ich glaube, das kann man erahnen, die 0 will ich gar nicht verwenden, die 1 nicht, die 2 nicht. Jetzt machen wir es mal ohne Zufallsexperiment, sondern so ein bisschen mehr mit bewusster Entscheidung. Ich bin jetzt der User und ich gebe gerade meinen Code, also ich überlege mir einen Code und sage, okay, die 3 mag ich gern, die will ich benutzen. Sternchen. Und gleich nochmal, ich will, dass zweimal die 3 vorkommt. 3,3 sie ist irgendwie meine Glückszahl, keine Ahnung, ich nehme die zweimal. Die 4 gar nicht, die 5 einmal und dann, jetzt habe ich, ich darf nur 4 Sternchen setzen und die 8 will ich auch, dass sie vorkommt. Jetzt hätte ich den Code konstruiert, 3,3,5,8. Genauso gut hätte ich 5,3,3,8 eingeben können, Hauptsache diese 4 Ziffern. Und es ist aber jetzt gerade wichtig, dass jetzt natürlich die Reihenfolge eben keine Rolle spielt. Weil die Reihenfolge keine Rolle spielt, können wir uns darauf einigen, vielleicht wäre die Bedienoberfläche so gestaltet, dass es muss eine Zahl sein, wo alle Ziffern aufsteigend vorkommen. Und die repräsentiert dann alle Permutationen von sich selbst. So könnten wir es machen. Und sagen wir, okay, wenn ich 3,3,5 und 8 drin haben will im Code, dann muss ich sie genau in der Reihenfolge eingeben als Administrator. 3,3,5,8. Und nachher ist sie gespeichert und dann zählen alle Permutationen als derselbe Code. Jetzt habe ich eine solche Auswahl getroffen und jetzt will ich im Endeffekt wieder abzählen, aber auf eine sehr elegante Art, auf wie viele Arten ich das machen kann. Und jetzt kommt der Trick, jetzt lassen wir die Ziffern von 0 bis 9 mal weg, wir blenden die aus, aber wir lassen diese Trennstäbe da stehen, damit man noch sieht, wo man ist. Jetzt sieht man, dieser Strich steht für überspringe die Null sozusagen. Überspringe die 1, überspringe die 2 und dann wähle die 3 aus und wähle sie nochmal aus. Nächste Zahl wieder überspringen heißt das. Bin ich da richtig? Ne, das heißt eigentlich jetzt, okay, fertig mit der Ziffer 3, dann 4, wenn da nichts kommt, sobald ein Strich ist, gehe ich zur nächsten Zahl, so kann man es sagen. Machen wir es so. Bei der 0 fange ich an. Nächste Zahl, nächste Zahl, also damit mein Zähler hochläuft. Nächste Zahl, zweimal auswählen, nächste Zahl, nächste Zahl auswählen, nächste Zahl, nächste Zahl, nächste Zahl auswählen, nächste Zahl. Und jetzt seht mal, was da im Gange ist. Hier wird ein Muster gebildet mit Stäben und Sternchen. Jetzt kann man das ganz abstrakt analysieren, das Problem. Und jetzt schaue ich und ich weiß, ich darf 4 Sternchen setzen und zwar darf ich die Sternchen irgendwo zwischen diesen Stäben setzen. Und jedes Mal ist klar, was ich damit meine, wenn ich das richtig interpretiere. Wichtig ist, ich darf auch gleich zu Beginn maximal 4 Sternchen setzen, dann habe ich 4 mal die 0 ausgewählt. Jetzt zähle ich mal ab, wie viele Stäbe ich habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe 9 Stäbe und die müssen auch vorkommen, weil die stehen dafür, gehe zur nächsten Ziffer, bis der Vorgang beendet ist. Und ich habe irgendwo zwischen den Stäben, also auch davor und danach, habe ich insgesamt 4 Sternchen. Also muss ich mir ein Muster bauen, das aus 9 Stäben und 4 Sternchen besteht. Ich habe, in dem Sinne ist das für sich, das ist eine abstrakte Version von dem Code, den ich bilde, in Form einer 13-stelligen Symbolik. Also ich habe praktisch jetzt, das ist wie so eine Art Geheimsprache, die nur zwei Buchstaben kennt, nämlich Trennstrich und Sternchen und die ist 13-stellig. Wenn ich abzähle, 9 Stäbe und 4 Sternchen plus 9 plus 4 ist 13 und jetzt geht es darum, jetzt wird es vielleicht schwierig, weil das Ganze jetzt insgesamt 13 Positionen sind, ersetze ich das jetzt nochmal durch 13 Kästchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13. Und jetzt, ich habe also, im Grunde repräsentieren die Kästchen eine Stelle in diesem abstrakten Code und ich entscheide dann, ob es ein Stäbchen oder ein Sternchen wird. Wenn ich nichts reinschreibe, ist es ein Stäbchen, wenn ich ein Sternchen reinmache, ist es ein Sternchen. Ungefähr so. Es ist wie wenn ich so ein Ankreuzfeld hätte. Das könnte jetzt auch die Bedienoberfläche von dem Tresor sein, wo der Benutzer sagt, von diesen 13 Positionen kreuze ich jetzt 4 an und damit habe ich eindeutig einen neuen Code festgelegt. Wenn man das jetzt also verstanden hat, dann kann man diese Ankreuzung auslesen. Ich lese die aus, indem ich sage, das heißt, vor der, also solange die 0 da ist, muss ich überlegen, also es ist ja ein Stäbchen. Das Stäbchen heißt, die 0 wird übersprungen. Ich muss gucken, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Stäbchen, also wenn ich nicht ankreuze, wird jeweils zur nächsten Ziffer gegangen. Die 0 überspringen, die 1 überspringen, die 2 überspringen, die 3 benutzen, sobald das nächste Sternchen kommt, wieder benutzen, jetzt die 3 überspringen, jetzt bin ich eigentlich bei 4, die 4 überspringen, jetzt bin ich schon bei 5, die 5 benutzen, 5 überspringen, 6 überspringen, 5 überspringen ist wichtig, weil ich ja sagen muss, dass ich fertig bin mit 5. Und dann muss ich zur nächsten Ziffer gehen, 6 überspringen, 7 überspringen, 8 benutzen, 8 überspringen und jetzt bin ich aber, warum ich jetzt fertig bin ist, also über die 9 treffe ich gar keine Entscheidung, weil ich schon 4 Sternchen gesetzt habe. Jetzt fragt man sich vielleicht, könnte man nicht das Kästchen auch noch weglassen? Eigentlich ja, sobald man das letzte Sternchen gesetzt hat, aber das kann man nochmal ein bisschen genauer durchdenken, ja. Fakt ist, man kann tatsächlich, der Punkt ist, es muss dieses Feld geben, weil wenn ich da ein Sternchen setzen würde, es kommt jetzt immer drauf an, das heißt nicht zwingend, dass ich die 9 angekreuzt habe, das kommt drauf an, was ich vorher schon angekreuzt habe und wo ich angekreuzt habe und wie viele Ziffern ich übersprungen habe. Aber Fakt ist, das können Sie ausprobieren, jedes Mal, wenn Sie die Sternchen hier neu setzen, kriegen Sie einen neuen Code und jetzt gucken wir, was das ist, das ist wie ein Lottospiel, wo ich, also nicht 6 aus 49, sondern ich habe halt 13 Kästchen und davon darf ich nur 4 ankreuzen und wie viele Möglichkeiten gibt es dafür? Antwort 4 aus 13. Wer es nicht glaubt, man kann es ja ausrechnen, das ist dann die Rechnung 13 mal 12 mal 11 mal 10 geteilt durch, da habe ich schon gekürzt, die neuen Fakultät unten, also dann geteilt durch 24, weil sonst der Taschenrechner, ja, das schafft auch 13 Fakultät, ich will es nur mal kurz belegen, dass das alles stimmt, also ich mache 13 mal 12 mal 11 mal 10 ist gleich und das teile ich durch 24 und habe 715 und das Tolle ist, ich denke, es gibt Leute, die trauen dieser Methode nicht so ganz, denken, ich weiß nicht, ob das ganz genau stimmt, andere kriegen das mit dem Abzählen nicht so hin, aber wenn man eins von beiden nachvollzogen hat, dann weiß man, die stimmen beide, es kann kein Zufall sein, dass hier die 715 rauskommt, die wir hier mühsam durch Abzählen bekommen haben, das Tolle an dem Rätsel, finde ich, ist, man kennt es eigentlich kaum, auch wenn man noch so viele Sachen schon gehört hat, ich finde es relativ ungewöhnlich, aber sehr aufschlussreich, haben wir einiges über Kombinatorik gelernt, ich hoffe, es ist weitgehend klar geworden, wenn da noch was unverstanden ist, vor allem bei dieser Auswahlmethode, ich möchte schon gerne diejenigen, die es interessant fanden, dass das auch klar geworden ist, vielleicht gibt es noch Fragen dazu, Ich hätte noch mal kurz eine Frage, von Schritt 2 zu Schritt 3, können Sie das noch mal kurz erklären, also von der Mittelzeile, wo die Sternchen sind, ja, von der Zeile auf die Mittelzeile. Ja, okay, da habe ich das Ganze nur noch mal irgendwie anders dargestellt, damit man, also was ich gut finde, ist, wenn man wie, wenn man an so einen Lottoschein denkt, so ein Lottoschein hat doch diese Kästchen, wobei das sind, glaube ich, sieben in einer Reihe, wie ich weiß, ja, natürlich, das ist irgendwie quadratisch und sieben Zeilen, sieben mal sieben ist neunvierzig und so weiter, diese Kästchen vom Lottoschein und da weiß man, jetzt darf ich sechs ankreuzen und sechs aus neunvierzig, da kann man ja die Ratewahrscheinlichkeit und die Gewinnwahrscheinlichkeit berechnen, das ist ja alles bekannt, und so analog habe ich das, als wäre das so ein Lotto, wo ich praktisch mit 13 Kästchen nur vier Kreuze setzen darf, so habe ich das symbolisiert, ich gebe aber auch zu, das ist, man hat, ich vermute, Sebastian jetzt, ich vermute, da besteht der Verdacht, dass die Darstellung nicht gleichwertig ist zu der da, darum geht es, glaube ich, Ja, ob sie sozusagen die Anzahl dieser Zwischenkästchen, zwischen den Strichen addiert haben mit ihren Sternchen, das ist es, ja. Man könnte es mal so machen, ich zeige mal, wie ich das übersetze von hier nach da, ich sage, ein Strich ist ein leeres Kästchen und ein Stern ist ein gesternetes Kästchen, okay, das ist einfach eine neue Symbolik, aber hier, leeres Kästchen, leeres Kästchen, leeres Kästchen, drei Stück, dann, gesternet, gesternet, heißt also, das Kästchen mache ich halt drumherum und das Kästchen symbolisiert nur, dass ich hier ein Auswahlfeld habe, wo ich entweder, ja, in Anführungszeichen ankreuzen kann, ja, oder, oder, oder nicht ankreuzen, damit es irgendwie so, damit man sieht, wie gleichartig die Entscheidung jedes Mal ist. Die Entscheidung ist eigentlich nur, ob ich eine Ziffer überspringe oder ob ich sie benutze, so kann man es auch sagen. Mit der Null fange ich an in Gedanken. Man könnte es wie so einen Schalter sehen, das ist ein Schalter, der dafür sorgt, dass die nächste Ziffer erscheint im Bedienfeld, ja, für mich als Administrator. Wenn ich den Schalter benutze, das tue ich, dann springt es von der Null auf die Eins, jetzt springt es auf die Zwei, jetzt springt es auf die Drei, jetzt wähle ich aus, ich habe eine Auswahl-Taste, ja, ich wähle aus, ich wähle aus, jetzt habe ich zwei Dreier in meinem Code quasi schon ausgewählt, dann, ich springe zur nächsten Zahl, die Vier steht, steht meinetwegen am Monitor, ich springe zur Fünf und dann wähle ich sie aus, dann springe ich zur Sechs, zur Sieben, zur Acht, wähle sie aus, springe zur Neun, darf aber nichts mehr auswählen. Ich finde, die Schwierigkeit ist vielleicht einzusehen, dass wenn man das letzte Sternchen gesetzt hat, dass das dann, das was dann noch kommt, dass man das mitzählen muss, ja, aber der Schritt von hier nach da, das ist einfach nur eine andere Symbolik, die das Gleiche darstellt. Also man addiert sozusagen die Schritte des Auswählens mit denen dann, wo man sie füllt. Ja, genau. Das Entscheidende, richtig, das Entscheidende beim Verständnis von dieser Methode 2 ist, dass man sich klar macht, dass man im Grunde genommen, während man so ein Code festlegt, tatsächlich 13 Entscheidungen trifft, wenn man so will. Ja, wenn man so will. Oder es stimmt aber eben auch nicht ganz, sondern dass man nichts anderes tut, als eine Auswahl von 4 aus 13 möglichen zu treffen. Ich glaube, das braucht schon eine Weile, wenn man es richtig in der Tiefe verstehen will. Aber es wäre ja auch gegangen, wenn wir jetzt, sag ich mal, irgendeine andere Zahl ausgewählt hätten. Also wenn wir jetzt, weil die 2 zweimal ausgewählt hätten, die 4 einmal und die 7 zum Beispiel einmal, dann wäre es genauso gegangen. Das können wir gerade mal simulieren. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, Moment, ich hätte jetzt, also es blöd, als es gruppiert ist, jetzt mache ich es in einer anderen Farbe. Ich nehme jetzt mal einen grünen. Also irgendwas, genau den Vorschlag jetzt nochmal wiederholen. Ich würde jetzt nicht zweimal die 3 auswählen, sondern zweimal die 2 zum Beispiel. Ja, machen wir mal irgendeinen Fantasie-Code. Die 2 ist ausgewählt. Dann die 4 Was? Die 4 und zweimal die 7 zum Beispiel. Ja, genau. Das ist jetzt ein ganz anderes Muster. Und jetzt sehe ich, das kann ich natürlich auch hier kodieren, jetzt muss ich aber, jetzt gucke ich mir nur die Stäbchen und die Sternchen an, dann sehe ich Stäbchen, Stäbchen, Sternchen, Stäbchen. Und die zählen jetzt nicht mehr, ne? Und dann schon wieder Stäbchen. Wenn ich jetzt auf hier übertrage, Stäbchen, Stäbchen, Sternchen. Dann, das müsste ich dann löschen, ne? Ich hoffe, ich kann das nachher wieder rückgängig machen. Oder ne, lass mal das, das zählt nicht. Wir schauen nur aufs Grüne, ne? Ich lösche jetzt trotzdem lieber. Stäbchen, Stäbchen, egal, das ist jetzt offen geworden. Das Sternchen, Stäbchen, Stäbchen, Sternchen, Stäbchen, Stäbchen, wegwischen. Ich hoffe, ich bin noch richtig. Das war das Sternchen, Stäbchen, Stäbchen, und nochmal Stäbchen, gell? Und dann Sternchen. Kann auch sein, dass ich da mal verrutsche. Und nochmal Sternchen. Und das jetzt bin ich bei Ziffer 7. Jetzt schalte ich noch auf Ziffer 8. Und dann noch auf Ziffer 9. Das muss man halt zum Schluss im Prinzip noch machen. Weil da hätte ich ja auch ankreuzen können. Aber klar, sichtbar, das ist wieder eine eindeutige Auswahl 4 aus 13. Wenn man die jetzt auslesen würde, ohne zu wissen, ohne gesehen zu haben, was der Mensch eingegeben hat, das will ich jetzt nochmal vorführen. Woher weiß ich jetzt, dass das der Code für 2477 ist? Warum ist das eindeutig? Weil man denkt ja, ja komisch, woher soll man denn jetzt wissen, welche Ziffern angekreuzt wurden? Weiß man, äh, ausgewählt wurden. Man weiß es aber. Nämlich, ich schaue da oben gar nicht hin. Ich weiß, mit der 0 geht es los. Das Symbol heißt, ich springe zur nächsten Zahl, ohne auszuwählen. Ich springe zur 1, ich springe zur 2, ich wähle sie aus. Jetzt weiß ich, ich habe eine 2 ausgewählt. Ich springe zur 3, ich springe zur 4, ich wähle sie aus. Ich habe eine 4 ausgewählt. Ich springe zur 5, springe zur 6, springe zur 7, wähle sie aus, wähle sie nochmal aus. 7, 7, ja. Ich springe zur 8, springe zur 9. Jetzt habe ich einen fertigen Code. 2477. Und den kann ich in dem Schema nur auf diese eine eindeutige Art bilden. Jetzt kann man vielleicht zur Erklärung, warum diese letzte Ding oder überhaupt diese beiden Kästchen wirklich wichtig sind, dass man die mitzählt. Das ist, weil die hätte ich ja auch ankreuzen können. Ich hätte, ich musste die Möglichkeit haben, die anzukreuzen. Spätestens, wenn ich zum Beispiel den Code 9999 bilden wollte, dann müsste ich sagen, die 0 ist das Käst, also die 0 steht da. Ich springe zur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann wähle ich sie viermal aus. Sternchen, 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 Sternchen. Und dafür brauche ich 13 Stellen, um auch zum Beispiel die größte Zahl bilden zu können. Das ist genial, ganz ehrlich gesagt. Das muss man nur, das muss man nur durchschauen. Ich glaube, ja, können Sie mir nochmal auf die Sprünge helfen? Und zwar, hatte ich einen relativ ähnlichen Gedankengang. Und zwar, wenn man jetzt, aber ich weiß nicht, wie ich das mathematisch löse, wie kriege ich die Gesamtsumme aller möglichen Zahlen raus, wenn man sagt, 0, 0, 0, 0 und 0, 0, 0, 0 sind quasi unterschiedliche Zahlen. Wie kriegt man quasi, wenn man sagt, oh, okay, jetzt verstehe ich, das war das von vorher unser Gespräch. Genau, das war nämlich der Gedankengang, weil dann hatte ich überlegt, wenn man damit jede Möglichkeit durchgeht und man sagt, das sind unterschiedliche Zahlen, also man hat quasi vier Möglichkeiten, die 0, 0, 0, 0 zu, oder ne, 24 Möglichkeiten. Ja, ich verstehe, aber da kriegt man, da kriegt man ein sachliches Problem, weil das ist in der Kombinatorik und eigentlich in der gesamten Stochastik immer so, wenn ein Symbol gleich lautet, also wenn ich, egal in welchem Kontext, wenn ich zwei Nullen irgendwo vorfinde, dann ist immer sofort klar, die sind ununterscheidbar. Wenn ich was unterscheidbar haben will, dann muss ich es mit einem unterschiedlichen Symbol bezeichnen. Ja? Ja. In dem Fall wird es heißen, ich müsste die Ziffern einfärben. Genau, so wenn man sagt, quasi man würde die Ziffern einfärben, da würde mich jetzt nur mal interessieren, wie viele Möglichkeiten gäbe es und wie könnte man das berechnen? Ja, okay, ich verstehe schon, aber das heißt ja dann, im Grunde wäre es fast, glaube ich, einfacher als hier, weil wenn ich so tue, als wären die vier Nullen quasi verschiedene Ziffern, ist es ja genauso gut, wie wenn ich, wenn ich wirklich 1, 2, 3, 4 ausgewählt hätte, es hätte also das gleiche Gewicht und dann müsste ich praktisch bei jeder doppelten Ziffer sowas wie ein Faktor 2 einfügen. ob es dann eine mathematische Möglichkeit gibt, alle diese Fälle durchzugehen. Ja, die gibt es bestimmt, abzuhören davon, ich stelle es jetzt mal in Frage, ob ich auf dem Wege, jetzt, vielleicht ist es eine schlaue Idee, wo man dann auf diesem Umweg letztlich dieses Problem lösen kann oder vielleicht auch ein anderes Problem, ja, aber vielleicht ist die Frage auch einfach so aufgetaucht, weil, also die Frage ist schon interessant. Ja, das ist deswegen aufgetaucht, bei diesem Problem hier, ne? Das ist deswegen aufgetaucht, weil ich gesehen habe, also ich hatte für mich eben nachgeguckt, für jede Möglichkeit, eine Zahl anzugeben, also ob man jetzt 1, 2, 3, 4 oder 2, 3, 1, 4 schreibt, gibt es insgesamt 24 Möglichkeiten. Ja, verstehe. Genau, und wenn ich jetzt sage, es gibt 24 Möglichkeiten und teile quasi die Gesamtanzahl aller Zahlen durch diese 24 Möglichkeiten, ja, ah ja, dann dürfte ich auch auf die 715 kommen, oder? Weil lustigerweise habe ich das Spielchen mal rückwärts gemacht und habe die 715 mal die 24 genommen und hatte dann auch die 17.160. Das ist interessant, das wäre der Test dann. Das klingt gut. Sie, komischerweise, weil ich war in dem Moment, als Sie gerechnet hatten, am Taschenrechner, war ich ganz kurz in meiner Rechnung und habe nicht ganz klar, was Sie gerechnet haben. ich verstehe, ich gucke auch mal kurz 715 mal 24 und die Vermutung ist jetzt, dass diese 17.160 sozusagen der erweiterte Zahlenraum sind, also statt 10.000 Codes, wenn ich jetzt eingefärbte Ziffern hätte, gäbe es dann 17.160 vierstellige Zahlen sozusagen. Genau, genau das ist der Gedanke. Ja, es ist interessant, wenn man das nachweisen könnte, dann hätte man tatsächlich einen dritten Lösungsweg hier gefunden. Und ganz ehrlich gesagt, es ist selbstverständlich, selbstverständlich ist es lösbar, aber aus der Hüfte raus kriege ich es jetzt auch nicht hin. Okay, ich dachte, dafür gäbe es vielleicht eine Formel, aber... Nee, da müsste ich auch nachdenken. Ich habe das Gefühl, dass es fast darauf hinausläuft, dass wir wieder bei Methode 1 landen und dann praktisch die verschiedenen Typen nehmen und die dann vervielfältigen müssen. Ist, glaube ich, mein. Da müsste praktisch bei diesem Typ immer einen Faktor 24 draufpacken. Also, indem man die sozusagen farbig unterscheidbar macht und bei dem Typ aber dann im Grunde genommen jetzt zum Beispiel nur, es ist wieder die Frage. Ja, man könnte das ja vereinfachen, man müsste ja nicht jeder zahlen, man kann ja, also, da macht es ja keinen Unterschied mehr. Nee, das ist ja schon vereinfacht hier, nur das sind wirklich auch dann, auch für dieses Problem, sind das, glaube ich, die Typen, die man unterscheiden muss, um die Vielfalt auszurechnen. Und ich glaube, wenn man es dann hochmultipliziert und auffordiert, dann kommt man wahrscheinlich auf diese 17.000 noch was und dann wieder durch 24 kommt man wieder auf 715 und dann hat man indirekt den Aufwand dieser Methode ja auch reingesteckt. Okay, ja, wie gesagt, wenn es eine Formel gegeben hätte, womit man das hätte machen können, dann wäre es halt schneller gewesen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es die gibt, aber das kann jetzt ähnlich sein wie hier, dass es dann wieder so eine geniale Repräsentation gibt, wo man es in einem Schwung rechnen kann. Aber das ist so für sich genommen mir nicht auf Anhieb ersichtlich, wie man das berechnet. Okay. Aber die Idee ist ganz interessant. Ja, okay. Na gut, das war jetzt ein bisschen Denksport. Ja, klar, gerne. Und jetzt glaube ich, weil der Plan war, dass wir so Ziellinie so gegen 11 Uhr haben und ich, ach Gott, ich habe ja noch eins. Mein Gott. Ja, aber das lassen wir jetzt. Ich meine, obwohl mir macht es eigentlich am meisten Spaß, sowas hier. Das wird wahrscheinlich auch einigen Leuten Spaß machen. Ich mache es auch gerne, aber ich kann jetzt ein bisschen eine Umfrage machen. Die Frage ist, wie viel Wert legen wir jetzt drauf, dass wir das Newton-Verfahren noch durchbringen? Das machen wir doch am besten so. Wir machen jetzt das Newton-Verfahren und wenn wir nachher noch Lust und Laune haben, dann schauen wir uns noch das zweite Kombinatorik-Ding an. Das ist wesentlich einfacher als das von eben und aber auch interessant. Das ist so ein kleines Würfelspiel mit einem ganz interessanten Ergebnis und so ein bisschen so eine Rückwärtsmethode der Wahrscheinlichkeiten, wie man sagt, a posteriori Maximierung. So, und ich will es nur kurz so ungefähr herzeigen, das wäre der Plan, dass man einmal noch das Newton-Verfahren so weit einmal durchgehen und es hätte noch einen Zusatz gegeben, Ungleichungen, das läuft eigentlich unter Induktion, weil es Beispiele für Induktionsbeweise sind, aber die hätte ich dann ehrlich gesagt auch eher auf die direkte Art gemacht und das sind einfach nur Ergänzungen, was mich ein bisschen beunruhigt, aber das machen wir jetzt einfach so. Es ist Bruchungleichung, Betragsungleichung, das wollen wir lieber lassen. Der Sinn und Zweck davon ist, weil jetzt in dem offiziellen Abschlusstest auch ein paar solche Ungleichungen vorkommen, die würde ich dann heute eher streichen. Es ist wirklich so, das kann ich versichern, das ist nicht wirklich relevant fürs Weitere. Also das ist kein Grundwissen, was man jetzt irgendwie für das Studium benötigt. Ich gucke es, ich gehe es nur kurz durch, damit wir sehen, was uns da entgeht, ist nicht von größerer Bedeutung. Ich glaube, wichtig wäre schon noch kurz das Newton-Verfahren. Das mache ich jetzt einfach, schauen wir, wie lange es dauert. Ich darf vielleicht mal kurz fragen, aber dann machen wir es vielleicht am besten so. Wer das Newton-Verfahren überhaupt nicht kennt, der könnte mir jetzt meinetwegen kurz Bescheid geben. Ich gehe davon aus, dass es die allermeisten kennen, weil die Frage ist dann immer, wie weit muss ich da ausholen? Aber im Grunde hilft es nichts. Ich mache es jetzt einfach in aller Kürze und wir versuchen, dem das nachzuvollziehen. Also wir haben uns viel unterhalten über Nullstellensuche, gerade bei Polynomen. Wir können ruhig bei Polynomen bleiben. Ich habe hier einen Beispielterm stehen, absichtlich ein Polynom fünften Grades, gleich Null gesetzt. Und warum nehme ich jetzt dieses Beispiel? Weil ich, ich habe es ja erzählt, weil ich sicher weiß, dass es keine Lösungsformel gibt und auch niemals geben wird, mit der man ein solches Polynom fünften Grades wohlgemerkt, also mindestens fünf muss es sein, sicher analytisch lösen kann. Also es kann gelingen, wenn man Glück hat, es gibt viele, viele Beispiele für Grad fünf, wo eine Nullstellengleichung sich faktorisieren lässt durch Ausprobieren und so weiter. Aber es gibt keine garantierte, so im Sinne der Mitternachtsformel, keine garantierte, exakte Lösung. Und jetzt gibt es, jetzt geht es aber um den wichtigen Fall einer Funktion, die nachweislich in einem bestimmten Intervall eine Nullstelle hat, denn der Nachweis ist relativ einfach zu bringen, aber dann eben eine Nullstelle, die man nur bestenfalls näherungsweise berechnen kann. Man kann es kaum glauben, dass es so etwas gibt, vor allem es ist immer so kinderleicht nachzuweisen, dass die Nullstelle existiert, aber sie dann wirklich direkt, exakt zu berechnen, ist manchmal einfach unmöglich. Und das Beispiel muss gar nicht mal so kompliziert sein. Das, was ich nachher nehme, ist genauso ausreichend. Das ist der Term x hoch fünf plus x plus eins. Das ist einer der einfachsten Terme, Grad fünf, Polynomen, dessen einzige Nullstelle sich nur, also sich nicht exakt berechnen lässt. Das ist faszinierend, wenn man es sich hier mal anschaut. Ohne dieses plus x wäre das Ganze, Entschuldigung, ohne plus eins, was wollte ich sagen, genau, wäre das Ganze völlig trivial. Also ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich da mit dem x richtig liege. Ja doch, es stimmt schon. Wenn man sich die 1 wegdenkt, dann sieht man, dass die einzige Nullstelle bei x gleich 0 liegen würde. Wenn x gleich 0 ist, wird alles 0, ohne die 1. Und dann wäre tatsächlich, wenn man das faktorisiert, x mal, und bleibt in Klammern x hoch vier plus eins, das ist ein Grad vier Term zwar, aber der ist offensichtlich nicht reell, lösbar, also sprich, der hat keine reellen Nullstellen. Kurz gesagt, der Graph wird ziemlich langweilig, so wie hier im Blau dargestellt, so ungefähr mit so einer Punktsymmetrie würde der verlaufen. Punktsymmetrie, weil wir ungerade hoch zahlen, ohne die 1 wohlgemerkt. Sobald ich die plus 1 dazu schreibe, also diesen Graph um 1 anhebe, vertikal, sieht man, wie diese Nullstelle, die so simpel im Ursprung sich befindet, bin man nicht ganz sicher, ob die dann wirklich der Wendepunkt wäre, aber das ist nicht so wichtig, sieht man, wie die dann, während ich nach oben den Graph verschiebe, wie diese Nullstelle nach links wandert. Und diese kleine Maßnahme führt auf eine Verschiebung der Nullstelle an eine Position, die schlichtweg nicht exakt berechenbar ist, nur numerisch. Das ist faszinierend und zwar auch ein sehr gutes Beispiel für das Newtonverfahren. Wollte nur sagen, der Term muss nicht so kompliziert sein, wie hier. Und was macht jetzt dieses Verfahren? Also es folgt einem relativ simplen Grundprinzip. Das ist hier nicht so wirklich, steht eigentlich nirgendwo so richtig da. Ich habe versucht, das mehr so grafisch darzustellen. Also schauen wir uns, das soll, man sieht es hoffentlich noch, so in Goldfarbe, dieser gebogene Graph, das soll einfach der Verlauf der Funktion sein in diesem Bereich. Und die Nullstelle ist hier orange angekreuzt. Tja, die soll es halt geben. Übrigens, dass es die gibt, geht ganz einfach zu zeigen. Man muss einfach nur einen Vorzeichentest machen. Wenn man ungefähr weiß, wo sie liegt, in welchem Intervall, dann geht man ein Stück nach rechts, zeigt, dass der Term positiv ist und ein Stück weiter links ist er negativ, also muss er irgendwo dazwischen Null werden. Wohlgemerkt, solche Terme sind immer stetig im Verlauf. Das heißt, Sprünge können die nicht machen. Also muss die Null irgendwo erreicht werden. Das ist der sogenannte Zwischenwertsatz, der das klar festlegt. So, und jetzt kommt aber der Trick bei dem Ganzen. Man weiß nicht, wo die Nullstelle ist, also in dem vorgegebenen Intervall geht man irgendwo in die Nähe. Und zwar jetzt mal in dem Fall einmal vorsichtig ein ganzes deutliches Stück nach rechts, wo ich weiß, dass mein Funktionsterm noch positiv ist. Ja, das wäre jetzt grafisch dieser Punkt auf dem Graphen. Ich gebe also diesen Startwert x0 einfach als Schätzung meiner Nullstelle vor. Hier dann, das Ganze mache ich rechnerisch, aber ich zeige hier, was das grafisch bedeutet. Man geht rechnerisch auf den Graphen. Das ist ja einfach, man berechnet einfach einen Funktionswert ab bei x0 durch Einsetzen. Das ist also insofern überhaupt unkritisch. Das Kritische wäre, dieses Polynom umzuformen. Aber das Einsetzen ist niemals ein Problem. Jetzt gehen wir also dahin. Und jetzt kommt der Clou. Das Ganze wird als Tangentenverfahren bezeichnet. Ja, dieses Newtonverfahren. Man konstruiert rechnerisch, aber auch jetzt auch grafisch, die Tangente in diesem Punkt. Die ist hier in dem Fall so, dass sie da, grün ja, dass sie da so ungefähr, sagen wir mal, so ein Stück weiter links die x-Achse schneidet. Und dort, wo die Tangente die x-Achse schneidet, setzt man die nächste Schätzung. Jetzt muss man wissen, wenn dieser Graph, jetzt sagen wir mal, solange der keine übermäßigen Kapriolen macht, also wenn der einigermaßen monoton verläuft, wie hier, hat zwar eine Biegung, aber, wie man weiß, in einer kleinen Umgebung eines Punkts kann man immer die sogenannte lineare Näherung verwenden und insofern ist sie, die grüne Tangente repräsentiert praktisch die bestmögliche lineare Näherung für den Verlauf des Graphen. Man sieht, dass jetzt hier immer schlechter wird, weil der Graph in Wirklichkeit ja hier langläuft. Trotzdem haben wir uns mit dieser Methode der tatsächlichen Nullstelle schon ein gutes Stück weiter angenähert. Mit der Annahme eines annähernd linearen Verlaufs. Und natürlich, je komplizierter der Graph-Verläuf, umso weniger schnell wird das Verfahren konvergieren. Konvergieren heißt, wenn es einen Grenzwert hat, dann dahin zu streben. Und das wollen wir natürlich. Und was man sagen kann, ist, wenn das Newton-Verfahren konvergiert, das hängt von so ein paar Vorbedingungen ab, dann konvergiert es in der Regel rasend schnell. Also es hat eine unglaubliche Performance. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht drei, vier, fünf Schritte von dem Verfahren. Das ist, wie man sieht, ist das rekursiv. Man macht immer wieder das Gleiche. Dann hat man schon eine Genauigkeit manchmal von drei, vier, fünf Nachkommastellen oder zehn. Und diese Genauigkeit kann man sogar vorgeben und dann berechnen und abschätzen, wie viele Schritte man dafür braucht, um die zu erreichen. Obwohl man niemals die exakte Lösung finden wird, wenn sie, angenommen, wenn sie irrational halt ist. Aber das ist ja für praktische Zwecke völlig egal, wenn ich sage, ich kann mit beliebiger Genauigkeit diesen Wert berechnen. Das heißt, für einen Praktiker ist das Verfahren mindestens genauso gut wie ein analytisches Verfahren. Aber für einen Theoretiker ist das halt was ganz, ganz, ganz anderes. Ob ich was analytisch durch Umformung exakt angeben kann oder ob ich es nur angenähert habe. Also iterativ berechnen kann. Ich unterscheide hier nicht zwischen iterativ und rekursiv. Das machen die Informatiker. Für mich heißt es einfach, dass man jetzt hier einen Prozess immer wieder gleichartig wiederholt. Es bedeutet ungefähr das Gleiche. So. Wollen wir sehen, wie das weitergeht. Ach so. Jetzt dazu natürlich muss gesagt sein, um die Tangente rechnerisch zu konstruieren, sprich Tangentengleichung, muss ich natürlich die erste Ableitung bringen. Auch das ist überhaupt kein Problem. Wir können jeden Funktionsterm ohne Probleme und da gibt es auch keine Einschränkungen, mindestens bei Polynomen, sauber ableiten. Also er muss natürlich differenzierbar sein, aber es gibt ja nur einen begrenzten Satz von Ableitungsregeln. Und die funktionieren natürlich immer. Das heißt auch problemlos möglich, einsetzen, beziehungsweise Tangentengleichung. und diesmal wird dann natürlich die Tangentengleichung gleich Null gesetzt. Dann findet man deren Nullstelle. Die wird wiederum, jetzt geht es von vorne los, in den Funktionsterm eingesetzt, Punkt auf dem Graphen ermitteln, neue Tangente konstruieren, zack, nächste Schätzung. Wie man sieht, haben wir uns jetzt in den zwei Schritten hier schon deutlich an die Nullstelle angenähert. Und man kommt hier auf die Weise auch immer näher, und zwar in immer kleineren Schritten. Das zeigt, dass das Verfahren auch mit einer immer besseren Genauigkeit sozusagen, weil es immer näher an der tatsächlichen Nullstelle Werte liefert, konvergiert. Also, und jetzt die Frage, wie bringen wir das, was wir gerade gesagt haben, in eine kompakte Formel? Und da ist dann das Bildchen dazu. Jetzt versuchen wir das mal zu ergründen. Ich gehe mal symbolisch in diese, in diesen ersten Schritt vorhin mit der grünen Tangente. Und jetzt ist ein kleiner Trick dabei, dass ich sage, haben wir durch Einsetzen von X0 in den Funktionstermen diesen Punkt auf dem Graphen erreicht. Und jetzt konstruiere ich mir einen Steigungsdreieck, wieder zeichnerisch das Ganze, aber nachher kriege ich eine entsprechende Formel. Dieses Steigungsdreieck wird jetzt schlauerweise so gebildet, dass die vertikale Kathete bis runter auf die X-Achse geht. Ich bleibe jetzt mal bei so einem positiven Beispiel. Wenn der Graph unter der X-Achse liegt, geht es genauso, nur dann habe ich noch irgendwas mit Vorzeichen zu beachten. Das macht es nur unnötig kompliziert. Es ändert aber nichts an der Formel. Jetzt weiß ich diese Kathete hier in dem Steigungsteil, die ist exakt gleich dem Funktionswert an der Stelle, weil ich ja von der X-Achse bis zum Graphen gehe. Dann gehe ich rüber zu dem Gesuchten, das ist ja das, was ich haben will und diese Strecke, diese andere Kathete, die nenne ich jetzt Delta X, so wie sie auch normalerweise heißt im Steigungsteil, aber ich meine damit den Unterschied zwischen einem, dem vorherigen Schätzwert meines Verfahrens und der nächsten Iteration. Also das heißt, der Unterschied zwischen meinem X0 und meinem neuen geschätzten Nullwert, der heißt jetzt X1 und damit habe ich jetzt eine Maßgabe dafür, wie ich von einer zur nächsten Schätzung hier rechnerisch komme. Jetzt versuchen wir es mal zu knacken. Also, was ist F' von X? Das ist repräsentiert durch die Steigung der Tangente, ja, und die kann ich hier ablesen, Steigungsteil, F von X durch Delta X. In dem Bildchen ist F' von X an der Stelle, X sage ich jetzt einfach, ich benenne das jetzt nicht irgendwie X0 oder so, ist F von X dort, wo ich bin, geteilt durch dieses Delta X. Jetzt stelle ich um nach Delta X, damit ist sozusagen der Abstand zweier nachfolgender, ja, wie soll man es nennen, Werte des Newton-Verfahrens, das Newton-Verfahren liefert ja einen Schätzwert nach dem anderen und die sind gemeint, diese X-Werte, die sich an die Nullstelle hoffentlich annähern und der Abstand von zwei aufeinander folgenden, der von denen ist immer der momentane Funktionswert geteilt durch die momentane Steigung. Einfach F von X durch F' von X. Das ist die Essenz von dem Newton-Verfahren. Mit dem einfachen Bildchen weiß man schon ungefähr, woher das kommt, ja, und jetzt dieses Delta X genauer gesagt nenne ich jetzt Xn minus Xn plus 1 im Sinne von, kommt jetzt darauf an, positiv oder negativ genau genommen. In diesem positiven Fall ist es doch tatsächlich mein vorheriger Schätzwert, der nämlich größer war, minus der nachfolgende, der kleiner ist. Also ist das tatsächlich Xn minus Xn plus 1 in jedem Schritt des Verfahrens. Also wenn man das dann noch umstellt, könnte man das Xn plus 1 isolieren und dann würde man sehen, dass man dann eigentlich stehen hat, das muss ich überlegen, wenn ich das auf die andere Seite bringe, ja, Xn, also vorheriger Schätzwert, abzüglich F von X durch F' von X. Genau das steht letztlich im Newton-Verfahren drin, grob gesagt diese Formel. Xn plus 1 ist gleich Xn minus Funktionswert im vorherigen Schritt, also der vorherige geschätzte Nullwert, ich nenne das mal Nullwert, weil es ja keine echte Nullstelle, minus dortiger Funktionswert im Verhältnis zu dortiger Steigerung. Und das Ganze unter der Voraussetzung, dass F von X in dem ganzen Bereich, in dem ganzen Verfahren ungefähr Null ist, das heißt, dass ich in der Nähe einer echten Nullstelle bin. Man wundert sich jetzt vielleicht, wie einfach das dasteht, aber das ist alles, was man braucht. Und wenn keine analytische Lösung möglich ist, dann ist diese Iterationsvorschrift gemäß dem Newton-Verfahren extrem nützlich. Und das wollen wir jetzt, erst mal wollen wir, bevor wir das einmal testen, wollen wir das nicht zu sehr schön reden, man darf nicht übersehen, das Newton-Verfahren kann durchaus große Probleme machen. Da muss man allerdings dazu sagen, die kriegt man in den Griff, wenn man, also mindestens dann, wenn man das Intervall einfach immer weiter einschränkt, so lange, bis man diese Probleme ausgeklammert hat. Meistens. Ja, also, aber hier sieht man sehr schön, warum es überhaupt Probleme geben kann. Und dazu zählt ein schlechter Startwert. Das hat was mit der Nicht-Lokalität generell des Verlaufs der Funktion zu tun. Wenn man sich mal jetzt diesen Graphen anschaut, der ist jetzt gar nicht allzu besonders, das kann durchaus, dieser Wellenschlag ist ja typisch für Polynome. Also das könnte jetzt ein konkretes Beispiel sein. Und was ich jetzt da grob eingezeichnet habe, ist, dass hier mein Startwert meines Newtonverfahrens x0, ich fange halt bei 0 an zu zählen, das ist jetzt einfach willkürlich, dass der offensichtlich in einem Bereich sich befindet, der der nicht, sagen wir mal, zu der wirklich, nein, das kann man so nicht sagen, also sagen wir mal so, eigentlich gehört der schon noch zu der Umgebung dieser Nullstelle, im Sinne, dass ich da einen gleichartigen Verlauf habe. Was ich aber jetzt, was wir gleich sehen ist, dass ich im nächsten Schritt schon in einen Bereich gelangen kann, der über die Lage dieser Nullstelle überhaupt nichts mehr aussagt. Vorhin haben wir gesehen, wie toll das mit der linearen Näherung sein kann und jetzt sehen wir, wie schlecht das auch werden kann. Also warum? Wenn ich jetzt hier hochgehe, sagt, schaut ganz gut aus, ich will mich dieser Nullstelle annähern, die Tangente ist so, sagen wir mal, wie soll man sagen, so flach verlaufend, im Vergleich zu der Steilheit hier, ist es so, dass, weil die Tangentensteigung hier vergleichsweise gering ist, dass die Tangente erst viel weiter links dann die x-Achse schneidet und das ist das eigentlich Schlimme, was passieren kann, wenn ich jetzt über die Nullstelle hinweg gesprungen bin. Das muss nicht unbedingt heißen, dass es jetzt schief geht, aber was passiert ist, ist, in dem Moment, wo ich wieder auf die Graphen gehe, dass ich jetzt offensichtlich in einem Bereich bin, wo der Funktionsgraph leicht absteigend ist. Das heißt, tendenziell, so schöne lineare Näherung auch ist, kann ich hier nur vermuten, dass der Funktionsgraph jetzt hier immer weiter absteigt und das heißt, dass hier in der Richtung im Grunde gar keine Nullstelle in Sicht ist. Und das Newton-Verfahren denkt jetzt sozusagen, wegen diesem absteigenden Verlauf, dass die Nullstelle weiter links liegen muss, weil da wird es ja in die Richtung eher passieren, dass der Graph die x-Achse schneidet. Jetzt ist es aber lustigerweise genau andersrum. Das ist wie so ein Wendepunkt hier und da geht es dann doch wieder bergab, kann das Verfahren nicht wissen. Also wird die neue Tangente rechnerisch gebildet und die schneidet dann hier ganz drüben im Nirwana hier die x-Achse und dann sieht man Startwert, nächster Schritt hier, nächster Schritt hier, vollkommen, also jetzt sind wir, im Grunde haben wir das Verfahren jetzt schon abgeschossen oder es hat sich selber abgeschossen. Aber nach dem Motto, wenn ich jetzt hier irgendwo bin auf dem Graphen, da habe ich keinerlei Information mehr über die Lage der eigentlichen Nullstelle, weil, wie gesagt, nicht Lokalität, ich kann nicht davon ausgehen, dass der Verlauf des Graphen in diesem Bereich noch irgendwas zu tun hat mit dem Verlauf in diesem Intervall. Ja, kann passieren. Ganz besonders schlimm ist, wenn ich Extrempunkte oder Terrassenpunkte erwische, das sieht man ja sofort, das wäre dieser Fall noch ein bisschen extremer, wenn ich hier eine horizontale Tangente hätte, dann gibt es überhaupt kein Ergebnis mehr in dem Verfahren, dann wird das Verfahren so etwas wie Error ausgeben, in dem Schritt, würde ich sagen, nicht berechenbar, unendlich. Und das haben wir hier, wenn an irgendeiner Stelle, das ist sprich, in irgendeiner Stufe des Verfahrens, dort die erste Ableitung Null ist, da komme ich überhaupt nicht mehr weiter. Hier ist es so, es geht gerade noch, aber es schlägt trotzdem fehl. Also man kann sich denken, es gibt viele Probleme, trotzdem bei den praktisch wichtigen Fällen mit vernünftiger Einschränkung des Intervalls funktioniert es wunderbar. Was braucht man? Erstens, man braucht einen stetigen Verlauf, zumindest in dem betrachteten Bereich, stetig und differenzierbar muss die Funktion sein. Und dieses Intervall i, das sollte man gleich von vornherein so wählen, dass die Funktion genau einen Vorzeichenwechsel dort hat. Das heißt im Klartext, dass es auch nur eine Nullstelle gibt. Das kann man sicherstellen. Also es ist kein größeres Problem. Wie gesagt, einfach Probe machen, einsetzen, Vorzeichen, wie sagt man, Vorzeichenprobe. Vorzeichentest und den Vorzeichenwechsel nachweisen. So, drittens, die Ableitung soll in diesem Intervall entweder streng positiv oder streng negativ sein. Heißt, die Funktion ist dann streng monoton wachsend beziehungsweise fallend. Einen von beiden Fällen, also ich habe es nur farbliche Unterschieden, muss man haben. Also das ist eine wichtige Bedingung. Man sieht schon hier, sobald, also das Problem macht sich dann bemerkbar, wenn man aus dem Monotonie-Bereich rausfällt. Man sieht, es hätte gut sein können, ich bin hier, das ist schon, sagen wir mal so, ungefähr ab hier, von hier bis hier ist der Graph tatsächlich monoton, steigend. Das heißt, die Wahl dieses Startwerts, die war okay, also die war nicht dumm unbedingt, aber sie sorgt dafür, dass ich in dem, dass ich dieses Intervall verlasse. Wenn das mein vorgegebenes Intervall gewesen wäre, streng monoton meinetwegen, dann hätte tatsächlich das Verfahren bereits beim ersten Schritt mir signalisiert, dass es nicht weitergeht, weil ich nicht mehr im vorgegebenen Intervall bin. Dann hätte ich sagen können, okay, ich versuche es mal ein bisschen näher dran und dann hätte es eben doch funktioniert. Sieht man, in dem Beispiel, wenn ich meinen Intervall nach und nach optimiert hätte, dann hätte ich tatsächlich auf einmal wieder ein supertoll konvergierendes Linkenverfahren. Das kann man also auch durchaus nach und nach optimieren. Jetzt kommt das Beispiel, ich habe ja vorhin schon gesagt, hier das rote Fragezeichen. Das ist ein vermeintlich auf den ersten Blick so banaler Effekt, dass ich den Graphen um eins vertikal verschiebe und tatsächlich aber unvorhersagbar in exakter Form, wie weit sich die Nullstelle aus dem Ursprung dann nach links verschiebt. Das ist das Phänomen hier dahinter. Nämlich, dass Sie denken, also das ist ja nicht die Funktion y gleich x hoch 5 selber, aber sie schaut sehr ähnlich aus, auch wenn ich dieses Plus x dabei stehen habe, das entspricht nur einer leichten Veränderung des Graphen. Dieses Plus 1 ist offensichtlich, dass das dann von blau zu schwarz mir dieses Phänomen erbringt. So, was ist zu tun? Das Intervall gebe ich mal vor mit minus 2 bis 2. Schwarz ist der Funktionstherrn. Und es geht ja auch sehr schön über die erste Ableitung schon, die brauchen wir sowieso. Leiten wir das schön ab. Ableitung ist 5 mal x hoch 4. Plus x abgeleitet ist plus 1. Die 1 fällt weg. So, erste Ableitung, Intervallgrenzen einsetzen. Minus 2, man sieht, hier steht x hoch 4, also haben wir eine Löschung des Vorzeichens. Im Übrigen sieht man, genau genommen ist es so, dass dieser Term, also anders, dass ja diese Funktion insgesamt, in ihrem gesamten Verlauf streng monoton steigend ist. Das sieht man nämlich hier. Weil das ist ja ein positiv definierter Term. Man sieht, der kann nie und nimmer negativ werden, gerade Hochzahl. Schlimmer noch, oder besser noch, er hat sogar Mindestwert 1. Das heißt, er ist eindeutig größer 0 für alle x, streng monoton steigend, im gesamten Verlauf. So gesehen, könnte man fast sagen, eine Einschränkung auf dieses Intervall ist nicht so zwingend notwendig. Aber sie ist natürlich aus einem anderen Grund sinnvoll, weil man, man will ja jetzt nicht unnötig lange brauchen und wenn man sich schon mal halbwegs in die Nähe der Nullstilbe geht. Wie kann ich das herausfinden, dass sie sich hier befinden muss? Das machen wir jetzt tatsächlich durch Einsetzen, nämlich Minus 2 diesmal in den Funktionsterm eingesetzt. Jetzt habe ich Minus 2 hoch 5, das ist also wichtig und gerade Hochzahl bleibt negativ, 2 hoch 5 ist 32, Minus 32 also plus Minus 2 sind wir bei Minus 32, Minus 2 ist dann Minus 34, ja, und dann noch Plus 1, dann sind wir bei Negativ 33, ist klar, deutlich negativ. Dann setzen wir die 2 ein und bekommen natürlich 32 plus 2 ist 34 plus 1 ist 35. Also sieht man, es ist fast symmetrisch, unten, also links Minus 33, rechts Plus 35, aber dieser kleine Unterschied sorgt dann letztendlich für diese vertragte Verschiebung der Nullstille dazwischen. Natürlich, also zum Beispiel nicht genau in der Mitte, das wäre ja schön, bei 0, da hat sie mal gelegen, als es die 1 noch nicht gab. Okay, also dieses Plus 1 ist, ist, ja, die Gemeinheit bei dem Ganzen. Es gibt ein Abbruchkriterium, also nehmen wir das mal als vernünftiges Intervall irgendwo dazwischen, muss die Nullstelle liegen. Das ist jetzt das Interessante, wo ich vorhin sagte, wir machen es hier nicht so genau, aber wenn ich will, dass es keine Änderung mehr in einer bestimmten gegebenen Kommastelle, Nachkommastelle geben soll, ja, dann kann ich das ganz einfach als Kriterium nehmen. Ich schaue einfach von Schritt zu Schritt und sobald sich in einer gewünschten, bis zu einer gewünschten Nachkommastelle nichts mehr ändert von Schritt zu Schritt, kann ich mir sicher sein, weil das Verfahren so toll konvergiert und weil ich die Stringmonotonie habe, dass es auch bei weiteren Schritten dort keine Änderungen mehr geben wird. Also mit einer gewissen Vorsicht kann man sich da sicher sein. Und das ist das Tolle daran, dass man ohne den wahren Wert zu kennen, durch dieses Phänomen, dass sich in irgendwelchen Nachkommastellen nichts mehr ändert, sicher sein kann, dass diese jeweilige Nachkommastelle auch exakt so richtig ist und die Ungenauigkeit sich weiter hinten befindet. Das macht, eröffnet uns die Möglichkeit, gewissermaßen selbst einen prozentualen Fehler zuzulassen, nach Wunsch, obwohl wir den echten Wert nicht kennen. Wir wissen dann aber immer genauer, wo er sich eigentlich befindet. Wir können das Intervall immer weiter einschränken, in dem der wahre Wert eben liegt. Tolle Sache. Machen wir das. Also unser, das hatte ich hier nochmal, das war in blau hier der Graph, das war ja unser Term ohne die Plus 1, den kann man faktorisieren und da hatte ich vorhin gesagt, das ist ein Term, der ganz sicher keine eelle Nullstelle mehr hat und das war also offensichtlich, dass es eine einfache Nullstelle bei Null dann gibt, aber das bezog sich nur auf diese Skizze. So, wir wollen jetzt, das ist abgekürzt, soll heißen, dass die vierte Nachkommastelle, wie meinte ich das eigentlich? Genau, wir wollen, dass die vierte Nachkommastelle stabil bleibt, so ist es gemeint, keine Änderung mehr, bis zur vierten Nachkommastelle und wir wollen als, ich fange jetzt bei 1 doch anzuzählen, wir wollen als Startwert die Minus 1 benutzen. Wir müssen jetzt nicht ganz an den Rand des Intervalls gehen und das ist jetzt natürlich klar, da kann man jetzt den Taschenrechner nehmen, das ist jetzt nicht meine Absicht, das vorzuführen, aber machen wir es doch so, wir stellen uns vor, die Minus 1, der Startwert und testen einmal kurz, wie das vorangeht und zwar, was mache ich jetzt? Die Formel haben wir oben gesehen, die ist leicht zu merken. Man nimmt den bisherigen Schätzwert, also den momentanen Wert, Nullwert, wie ich das genannt habe und dann zieht man ab, das Verhältnis Funktionswert zur Steigung an der Stelle, wo man ist und damit hat man den nächsten Schätzwert. Es geht einfach, wir müssen also immer daran denken, oben steht f von x und unten f' Wir müssen die Minus 1 hier hernehmen und dann abziehen das Verhältnis von f zu f'. Minus 1 setzt sich jetzt ein in den Funktionstern hier. Jetzt haben wir diesmal, ja gut, es ist schön einfach, Minus 1 hoch 5, also Minus 1, nochmal plus Minus 1 und dann Plus 1. Am Ende bleibt da doch Minus, was erteile ich, Minus 2 plus 1, Minus 1 müsste es sein, aber im Nenner steht dann f' von x. Jetzt muss ich die Minus 1 auch hier einsetzen und da habe ich, Minus 1 hoch 4 ist natürlich 1, da habe ich dann also 5 plus 1 ist 6, so einfach ist. Das, was dastehen würde, ist der Ausdruck, also nächster Schritt quasi, Minus 1 abzüglich, oben war es, jetzt weiß ich nicht mehr, doch, das war tatsächlich Minus 1, also negativ. Minus 1, Minus 2, Minus 1. So, also Minus ist vom Schema her und jetzt Verhältnis oben Minus 1, unten 6. Das ist der Schritt und wenn ich aus dem Minus 1 Plus mache, habe ich da stehen, negativ 1 plus 1 Sechstel. Mit anderen Worten, Minus 6 Sechstel plus 1 Sechstel, dann bleibe ich bei Minus 5 Sechstel. Analytisch wäre das jetzt noch, also rational wäre das Ergebnis Minus 5 Sechstel. Aber da das eh ein numerisches Verfahren ist, geht man natürlich gleich auf eine Kommazahl und wenn man das jetzt übersetzt, hat man etwa Minus 0,83. Das sollte man nicht zu genau an, man muss es nicht zu genau angeben, weil man davon ausgeht, dass nicht mal die erste Nachkommastelle bis jetzt hin stabil ist. Ist auch nicht, aber im nächsten Schritt steht da Minus 0,764. Jetzt kann man sich denken, dieser Zahlenwert für X wird jetzt wiederum eingesetzt, Term und Ableitung immer nach dem Schema eingesetzt und Notenverfahren jedes Mal angewendet. Das ist also dann nur noch eine Frage der Durchführung. Das macht man natürlich dann gerne auch selbstverständlich über Software. Also es ist, tatsächlich sind solche Verfahren ja das, was auch mathematische Programme und auch Ingenieurprogramme letztendlich machen. Die können ja nur solche Nährungsverfahren für viele Dinge benutzen. Gut, und jedenfalls, es ist einfach, wenn man mal hinschaut, wenn man mal schaut, was jetzt von hier nach da passiert, dann heißt es, bereits nach zwei Schritten, das ist ja mein Start, dem zähle ich nicht mit, nach zwei Schritten ist bereits die erste Nachkommastelle stabil und die ändert sich nie wieder. Es bleibt ein Minus 0,7 Stück. Die dahinter ist noch falsch, aber nur immer, zum Beispiel von hier nach da, eine Ziffer nur falsch gewesen. Also die Abweichung ist nur eine Ziffer von sechs rutscht es nochmal runter auf fünf. Diese fünf ist aber auch schon stabil und selbst die 5,0 danach, die ist schon fast richtig. Im weiteren Schritt steht da 4,8 und in einem noch weiteren Schritt steht da immer noch Minus 0,7548. Das heißt bereits hier, wenn sich nichts mehr geändert hat, bis dahin, ist jetzt die Frage, ob man da abschneidet oder rundet. Das würde man eher abschneiden. Und wenn man eh nur eine Genauigkeit bis vier Nachkommastellen haben will, braucht man es auch nicht genauer anzugeben. Aber sobald es an der Stelle stabil geblieben ist, kann man sicher sein, mit der Genauigkeit ist das der richtige Wert. Das ist fantastisch. Wir sehen aber, das ist eine Zahl, die kann man also vermutlich in keinster Weise ergründen. Also es ist unwahrscheinlich, dass man die durch irgendeine raffinierte, irrationale Zahl überhaupt analytisch angeben könnte. Und wenn man es könnte, hat man eigentlich keine Chance, es rauszufinden. Wir haben dafür keine Werkzeuge und es gibt auch keine. Wir können eigentlich das nur als mathematisches Geheimnis so ein bisschen betrachten, welche Ware, was da, welche Warezahl da dahinter steckt. Der Mathematiker hat halt immer gerne irgendwie ein tieferes Verständnis dafür, warum jetzt Nullstil ausgerechnet hier in dieser Gegend sich befindet. Ich wüsste nicht, dass man dafür irgendeinen analytischen Ausdruck überhaupt irgendwie ermitteln könnte. Sonst wäre es auch nicht analytisch unlösbar. So, naja, wir haben jetzt damit, können wir am Schluss behaupten, f von x ist Stringmonoton steigend. Es ist also klar, das war eigentlich vorher schon geklärt, das ist die einzige Neustelle in diesem Intervall und die ist also mit der Genauigkeit tatsächlich, deswegen steht hier ungefähr 0, ist die Funktion an der Stelle, ist unser Ergebnis. Also, es gibt natürlich noch viele andere wichtige und nützliche numerische Verfahren, aber wir wollten jetzt einfach nur mal eins exemplarisch machen. Ich würde sagen, das war alles zum Thema Newtonverfahren und damit auch stofflich das, was wir schaffen wollten. und wir haben jetzt die Möglichkeit, einfach noch mal, wenn ich einfach mal wieder still bin, zu schauen, ob es noch Fragen oder Wünsche gibt. Ja, gut. Herr Honzinger, können Sie das mit dieser Nicht-Lokalität, das habe ich nicht ganz verstanden, mir da oben nicht bei diesen zwei Problemen das nochmal erklären, kurz. Ja, man kann es vielleicht so sagen. Nicht, okay, Nicht-Lokalität ist das Gegenteil von Lokalität. Also, der Punkt ist, die Funktionen, die auch in der Anwendung vorkommen und interessant sind, die sind natürlich von ihrem Verlauf her meistens schon etwas, sagen wir mal, allein schon, wenn man den Term betrachtet, vielleicht ist da das Beispiel oben ganz gut, wenn die Funktion so einen Term hat, dann kann ich davon ausgehen, dass die ein insgesamt nicht monotones Verhalten hat. Nennen wir es einfach mal so, insgesamt nicht monoton. Und selbst in diesem grafischen Beispiel sieht man schon, dieser Graph hat zwar mehrere Bereiche von Monotonie, zum Beispiel jetzt in dem Gesamtbereich ist er ansteigend, aber in dem Bereich ist er abfallend und da wieder ansteigend. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sich Bereiche, sagen wir mal, verschiedene Monotonie-Bereiche aneinanderreihen, also teilweise abwechselnd ansteigen und absteigen. Das allein ist schon Grund für den Begriff Nicht-Lokalität. Das heißt, in der Umgebung dieser Nullstelle, das nennt man ja dann lokales Verhalten, gibt es ein erkennbares, klares Verhalten des Graphen und das kann man mit der Tangentenmethode ganz gut simulieren. Und damit kann man die Nullstelle quasi lokalisieren. Aber in dem Moment, wo ich diesen lokalen Bereich verlasse, das ist gemeint, dass ich hier in einem Bereich bin, in dessen eigener lokaler Umgebung das Verhalten des Graphen gar nichts mehr mit dieser Nullstelle zu tun hat. Das ist so der Begriff dafür, Nicht-Lokalität. Denken Sie mal an sowas, das kennt man auch aus der Quantenmechanik. Es gibt oder Berg- und Talgeschichten oder einfach Stichwort, jetzt weiß ich es wieder, ein lokales Extremum. Darüber haben wir ja gesprochen. Wenn ich jetzt eine Extremwertaufgabe habe und ein lokales Maximum finde und gesucht ist das globale Maximum, dann kann mein lokales Maximum so schön und gut sein, wie es will. Möglicherweise gibt es ganz woanders in einem anderen Bereich, also weg aus der lokalen Umgebung meines lokalen Maximums, gibt es möglicherweise ein anderes Maximum, das 10 mal, 100 mal, 1000 mal größer ist. Und damit ist, sagen wir mal, ist mein gefundenes lokales Maximum im Grunde vollkommen wertlos. Ungefähr klar, ne? Nicht-Lokalität. Ja, also nicht-Lokalität heißt sozusagen, wir haben das Problem, dass wir nur kleinere Monotonie-Intervalle haben, die sich unterscheiden. Richtig, und sobald wir dasjenige verlassen, in dem die Nullstelle liegt, haben wir mit dem Verfahren verloren. Okay. Genau, und man sieht auch, dass man nie wieder zurückkommt, normalerweise, ne? Ja, man könnte, aber dann wird das Spielchen wahrscheinlich wieder schief gehen, auf der anderen Seite, ja. Okay, aber das war jetzt, ich weiß schon, ne? Das war nur so ein bisschen... Und das zweite Problem ist, wenn der Extrempunkt auch ein Terrassenpunkt ist. Also, ne, das ist sozusagen die verschärfte Version, wenn man so will. Ne, man kann das schon als getrenntes Problem betrachten, stimmt. Also, aber der Effekt, den wir vorhin hatten, mit diesem flachen Verlauf, dass ich dann so weit wegschieße hier, ne, mit meinem nächsten Schätzwert, das ist in verschärfter Form ist das natürlich, ne? Weil in dem Moment, wo ich eine horizontale Tangente, man kann es auch so sagen, wenn man nur hier hinschaut, eine horizontale Tangente ist natürlich eine Katastrophe, beziehungsweise, wenn die erste Ableitung null wird, weil die hier im Nenner steht und ich dann Division durch null hätte, ne? Also, damit ist das, das ist sozusagen der Katastrophenfall. Das ist der Ernstfall, das hier, und das ist der Katastrophenfall, ja? Okay. Okay. Okay, danke. Gut, gerne. Ja, ich frage mich selber, weil ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon ganz gut gesättigt, wollen wir uns eigentlich jetzt für den Vormittag verabschieden. Ich glaube auch, das ist vielleicht ein bisschen schade, dass mein zweites Rätsel gar nicht und das erste auch nicht in der PDF-Version drin ist, sonst könnte man das ja einfach mal so noch als Knobel-Like für zwischendurch stehen lassen. Ich kann es ja mal kurz erzählen, was es ist. Das machen wir. Ich erzähle das noch kurz und vielleicht lösen wir es dann am Nachmittag noch auf und der Plan bleibt bestehen. Ich würde, und zwar, das ist jetzt von meinem Timing her auch so gesetzt, ich würde sagen, dass wir gemeinsam um 12.30 Uhr starten und dann wirklich so, na ja, so im ständigen Wechsel das so machen, dass eine Seite von dem Abschlusstest bearbeitet wird, in Ruhe von allen Einzelnen, für 10 bis 15 Minuten, dann kurz durchgesprochen, aber wirklich kurz, da dürfen wir uns dann nicht so lange aufhalten und dann wieder der nächste Teil und das vielleicht so drei, vier Mal, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, gemeinsam, was haben wir jetzt erreicht, welche Aufgabentypen kriegen wir jetzt gut gelöst und wo gibt es halt dann immer noch Schwierigkeiten. Aber das ist nur so zur Selbstkontrolle dann eigentlich da. Also ich stelle das jetzt hier noch einfach kurz vor und zwar, jetzt auch wieder auf Englisch natürlich, man kann es glaube ich relativ leicht ergründen. Es ist das simpelste Würfelspiel der Welt wahrscheinlich und es besteht darin, dass, jetzt frage ich mich kurz, ja es gibt eigentlich, es gibt zwei Spieler, zwar aber nur der eine, das bin ich dann sozusagen oder sie, ist der, der würfelt. So, man würfelt also mit einem ganz normalen Würfel und die einfache Regel lautet, jetzt muss ich doch überlegen, dass ich es nicht falsch sage, ach richtig, so jetzt weiß ich die Regel. Man darf einmal würfeln und wenn man will auch zweimal und wenn man will sogar dreimal. Ja, das ist tatsächlich schon mal fast schon alles. Man kann sich also selbst, wenn man einmal gewürfelt hat, kann man selbst entscheiden, ob man nochmal würfelt und dann, ob man nochmal würfelt, aber sobald man aufhört, ist das Spiel beendet. und das Spiel besteht darin, es ist vielleicht ein bisschen, klingt ein bisschen albern, die Würfelzahl, die ich erreicht habe, also für die ich mich entscheide, die endgültig da liegen bleibt, diese Augenzahl in Dollar oder Euro bekomme ich ausgezahlt. Man kann ja auch so sagen, ich meine, weil das Problem ist, das ist natürlich ein Spiel, wo die Bank oder der Gegner permanent Verlust macht. Man könnte es natürlich auch so machen, dass man das abwechselnd spielt und dadurch wäre es wieder ein Nullsummenspiel, wie man so schön sagt. Nehmen wir das einfach so hin, wie es ist. Die Frage ist nämlich interessant. Wenn ich die freie Wahl habe, ob ich einmal würfle oder zwei oder dreimal, beim dritten Mal muss ich aufhören. Die Frage, mit welcher Strategie erreiche ich die höchste Augenzahl? Weil der Punkt ist, ich kriege die endgültige Augenzahl ausgezahlt. Aber bitte nicht denken, dass Sie dreimal würfeln müssen. Hier steht, Example, ich würfel eine zwei, dann, if you roll again, also wenn ich mich, wenn ich das will, würfel ich nochmal und kriege eine drei zum Beispiel und würfel nochmal und kriege eine fünf. Nach dem Motto, wenn ich oft genug versuche, ist irgendwann eine große Zahl da, kriege ich die fünf Euro ausgezahlt. War also in dem Beispiel möglicherweise eine gute Strategie. Aber was ist denn die, und das kann man ja, das ist ja das Tolle an der Mathematik, da gibt es keine zwei Weinungen. Man kann klipp und klar die optimale Strategie für dieses Spiel ermitteln. Und zwar mit ganz simpler Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber natürlich ein bisschen muss man nachdenken und geschickt vorgehen. Und der einzige Tipp, den ich gebe, es gibt noch Fragen, vielleicht ist das ganz gut, finden wir mal raus, was denn eigentlich der Erwartungswert ist in diesem Spiel. Und zwar eigentlich so rum. Wenn ich die beste Strategie gefunden habe, was ist dann der Erwartungswert, was heißt, mit wie viel Dollar oder Euro kann ich durchschnittlich rechnen pro Spielrunde. Aber mit dem Erwartungswert kann man auch so ein bisschen schon reingehen, um es zu lösen. Die Empfehlung, die ich geben kann, ist, man sollte das Spiel von hinten nach vorne analysieren. Das heißt, man sollte sich überlegen, was beim dritten Würfeln Würfeln passieren wird, wenn man so weit kommt, inwieweit es beeinflusst ist von dem, was vorher passiert ist. Und dann hangelt man sich sozusagen durch bis zum ersten Wurf. Und dann, ich meine, es braucht eine klare Regel. Die Strategie soll nachher darin bestehen, dass man dem Spieler an die Hand gibt, den Leitfaden, der besagt, zum Beispiel, wenn du eine Eins würfelst, solltest du weiter würfeln. Ich glaube, offensichtlich ist, wenn ich eine Sechs würfel beim ersten Wurf, dann sollte ich aufhören. Ich glaube, die Strategie wird jeder intuitiv verfolgen, dann kriegt er den maximalen Gewinn von Sechs. Denken Sie nicht, dass man jeden Wurf ausgezahlt kriegt. Nur den letzten Wurf wird man ausgezahlt. Also, wenn ich eine Sechswürfel höre ich auf. Aber das reicht nicht als Strategie. Ich muss entscheiden, was mache ich bei einer Fünf, Vier, Drei, Zwo, Eins. Man kann eine ganz simple Strategie fahren, das machen viele, so eine gefühlsmäßige, die ist auch nicht schlecht, aber die ist noch nicht ganz optimal. Oder vielleicht ist es sogar so, wenn Sie intuitiv die beste Strategie benutzen, dann muss es aber auch einen mathematischen Grund geben, warum das die beste Strategie ist. Also, vielleicht mal drüber nachdenken und vielleicht können wir dann auch noch kurz drüber reden. Also, am Nachmittag. Ich bin jetzt auch noch da, wie ich mit dem ist. wo ich mit dem Ich bin jetzt auch noch da, wo ich mit dem das eine Fünf- Vielen Dank.